So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode des ShishaCast, Episode 23. Und ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern habe den lieben Marvin dabei. Hallo, ich bin der Marvin. Hallo Marvin. Und ich bin auch dabei. Alex, vor zwei Wochen haben wir uns das letzte Mal gesprochen hier im ShishaCast. Genau. Fast. 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 Aber wir sind heute wieder am Start. Yes. Und ich glaube, wir sollten heute versuchen, möglichst gut mit Dezember und Januar aufzuholen. Genau, also wir werden auf jeden Fall eine kleine Recap-Folge machen. Dadurch, dass die letzte Folge Ende November, Anfang Dezember aufgenommen wurde, haben wir gesagt, wir werden heute Dezember 21 und Januar 22 ein bisschen behandeln. Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun. Again, ein kleines Sorry an der Stelle, dass so lange nichts kam. Aber wir könnten euch jetzt irgendwelche Ausreden erzählen, warum die so ist. Aber ja, wir haben einfach reingeschissen. Kann man nicht anders sagen. Wir haben es nicht hingekriegt, uns zu treffen und stundenlang einen Podcast aufzunehmen. Ist dumm gelaufen. Wir haben ja immer gesagt, das ist nur so ein Hobby-Ding und wenn andere Sachen los sind, dann sind eben andere Sachen los. Aber da kann man auch direkt was zu sagen, weil heute ist unsere erste gesponserte Folge. Mose hat sich bereit erklärt, den Shisha-Cast ein wenig finanziell zu unterstützen, sodass wir uns erlauben können, die Folgen extern produzieren zu lassen, sodass wir die nicht mehr schneiden müssen, hochladen müssen, Insta machen müssen, pipapo. Da sind wir sehr nah an einer Lösung dran. Und somit können wir uns voll und ganz auf die Aufnahme konzentrieren. Was aber auch bedeutet, dass da natürlich jemand Geld mitverdienen muss, der die Arbeit übernimmt. Und da wir jetzt nicht unbedingt super viel Geld ausgeben wollen von unserem eigenen Geld, sag ich mal, haben wir uns überlegt, wäre das cool, wenn wir Placements einbauen. Und da haben wir heute auch das erste. Und heute ist unser Sponsor Mose Shisha. Genau. Sehr, sehr cool. Deswegen haben wir uns natürlich auch beide eine Mose angemacht, ganz klar. Und da werden wir auch noch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben beide hier eine schöne Breeze 2 am Start. Aber direkt mal die besten News eigentlich vorne weg, weil ihr bekommt dadurch hoffentlich häufiger den Shisha-Cast. Ja. Und einen Rabattcode bei Mose. Und einen wirklichen Rabattcode. Einen richtig guten Rabattcode sogar. Und zwar könnt ihr jetzt heute und morgen und beim Release der Folge auf Spotify, Apple Podcasts etc. Also zur Erklärung, wir streamen das ja auch live. Das heißt, alle, die es jetzt live hören, können heute und morgen den CodeCast10 benutzen. Aber auch wenn diese Folge rauskommt, ihr sie auf Apple Podcasts, Spotify, Pipapo hört, habt ihr zwei Wochen Zeit mit dem CodeCast10 auf alles außer Tabak 10% zu sparen bei mose-shisha.de. Genau. Finde ich eine sehr, sehr coole Aktion. Ja, man muss ja dazu sagen, nochmal gibt es keine Rabattcodes bei Mose. Es gibt nur die Codes, wo man ein kleines Geschenk dazu bekommt. Genau. Gibt es ja mit SWG oder Directly kriegt ihr ein kleines Geschenk oben drauf. Aber jetzt, zeitlich begrenzt natürlich. Aber mit dem CodeCast10 gibt es dann wirklich 10% auf alles. Außer natürlich Tabak, ist klar. Genau. Der ist natürlich immer raus. Auf Caesar Balls, auf Pfeifen, etc. Köpfe, alles, was Mose eben hat. Oder wie zum Beispiel bei uns gerade. Gut, wir haben auch beide eine Caesar Ball. Yes. Oblakus hat Mose, Stonehooker hat Mose und die Buries 2, die hat Mose. Mose auch. Sie haben mich tatsächlich auch. Ja. Was ein Wunder. Surprise. Und da geht erstmal ein dickes Danke an Mose raus. Sehr, sehr cool. Das war tatsächlich sehr, sehr spontan alles. Sehr, sehr cool, dass Mose da mit am Start ist. Ihr könnt was sparen. Wir haben finanziellen Support, sodass wir die Produktion vom Podcast outsourcen können. Heißt für euch auch hoffentlich mehr Folgen. Für uns mehr Freiheit, die Folgen zu machen. Also eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Was man dazu vielleicht auch noch sagen könnte. Und zwar, es gibt ja noch einen Instagram-Account vom Shisha-Cast, der seit Episode 4 nicht mehr angefasst wurde. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt mit der neuen Organisation hinter dem ganzen Projekt, auch die Instagram-Seite hier ein bisschen aufleben lassen wollen. Ja. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe da eben die erste Story seit, ich glaube, 60 Wochen oder sowas gepostet. Man muss halt dazu sagen, wir waren halt wirklich seit einem halben Jahr safe nicht mehr da eingeloggt. Wahrscheinlich sogar länger. War ein Wunder, dass wir das Passwort noch gefunden haben. Aber gut, Passwort 123 war jetzt auch nicht so schwer zu erraten. Psst, sag das doch nicht. Ist das mit drin da? Ich hoffe. Ah, scheiße. Ja gut. Müssen wir rausschneiden, kein Problem. Auf jeden Fall. Ja. Wir müssen uns wahrscheinlich auch, das habe ich mir auch schon gedacht, wir müssen uns wahrscheinlich auch erstmal wieder so ein bisschen eingrooven. Ja, ich finde das sogar wirklich wieder ein bisschen ungewohnt, weil ich meine, ich war ein paar Wochen in Streams dabei. Natürlich war auch noch ein Special-Stream, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, wo wir natürlich gut harmoniert haben. Aber es ist trotzdem wieder ungewohnt im Shisha-Cast. Ja, safe. Das schon fühle ich auch, ja. Gut. Aber kommen wir doch mal zu den Setups, wie wir es sonst auch immer am Anfang machen. Wie gesagt, sponsert bei Mose heute, deswegen auch Werbung an der Stelle. Yes. Muss man auch dazu sagen. Alex, was hast du denn ausgesucht? Ich habe mir die Priest 2 geschnappt mit der Standard-Base. Da haben wir nämlich auch noch einige Infos für euch. Das Ganze auf der blauen Fan-Cut-Ball. Ich weiß nicht, gibt es da einen Special-Namen? Ocean? Was ist das? Wie? Achso, für die Farbe? Ja. Weißt du das? Boah, ich sage immer Fan-Cut-Blue, um ehrlich zu sein. Fan-Cut-Blue? Ja. Ja, hätte ich mich jetzt auch gewertet. Mit dem passenden blauen Wavy-Sleeve dazu. Und als Kopf habe ich den Stonehooker Fastball im türkisen Colorway mit dem Onmo-Hmd obendrauf. Und ja, als Blow-Off, ich finde den Blow-Off sogar echt am schönsten, muss ich sagen. Mit einem kleinen Teller und von der Rauchsäule nach unten. Das finde ich super funny. Das habe ich das erste Mal bei Aljoscha gesehen, also bei WhoCase, dass der die Breeze mit dem kleinen Teller raucht. Für mich persönlich absolut nicht nice. Okay. Also irgendwie hat es was, aber nicht für mich. Weißt du, wie ich meine? Also verstehe ich. Mein Bruder zum Beispiel findet das auch übel hässlich. Ja. Aber ich finde, das passt einfach. Ich finde, es ist mal was anderes, aber es ist nichts, was ich jetzt rauchen würde. Also ich finde tatsächlich den großen, normalen Teller von der Breeze cooler. Und ich finde ihn auch nicht zu groß für die Breeze. Aber irgendwie hat es was mit dem kleinen. Und es ist mal was anderes. Das auf jeden Fall. Genau. Ja, ich habe mir auch die Breeze 2 geschnappt. Generell muss man ja kurz zum Mose-Lineup sagen. Die Sphil gibt es nicht mehr. Ja. Die Dash gibt es nicht mehr. Die One gibt es schon lange nicht mehr. Und die R auch nicht mehr. Und die R auch nicht mehr. Ja. Das heißt, und die Breeze 2 ist es. Und die Breeze 1 gibt es auch nicht mehr, glaube ich. Ja, die gibt es schon länger nicht mehr. Ja. Genau. Und deswegen, nach Ausschlussprinzip und Adam Riese, rauche ich auch die Breeze 2. Bei mir aber im Frozen-Colorway mit dem großen Teller, mit dem Teller-Blauhoff, mit der Edelstahl-Base, die es ja auch neu gibt. Oder zumindest, seitdem wir die letzte Folge Shisha-Cast aufgenommen haben, neu gibt. Und bei mir die Ice-Cut-Bowl von Cäsar, also von Mose-Designte Ice-Cut-Bowl, made by Cäsar, unten drunter. Ja, die Mose-Exclusive halt. Genau. Mose-Exclusive Ice-Cut. Genau. Made by Cäsar. Yes. Genau. Sehr, sehr geile Kombi für mich. So der komplette Frozen-Look, der sich da durchzieht. Also ich merke das sehr, sehr gerne. Habe auch das normale Mose-Mundstück, ebenfalls mit dem Frozen-Sleeve. Du hast aber die Carbon-Extension. Die Forged Carbon-Extension ist das doch sogar, oder? Ja. Genau. Mit dem normalen Handgriff dran, aus Edelstahl. Auch mit dem blauen Sleeve passend. Finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall was. Genau. Und auf all diese Produkte, also sei es der Onmo, sei es der Stone, sei es der Oblaco, sei es die Breeze mit der normalen Base, sei es nur die Edelstahl-Base oder seien es nur die Cäsar-Bowls, gibt es auch mit dem Cast-10-Gutschein 10% Rabatt. Genau. Was wie gesagt halt echt eine coole Ausnahme ist, weil sonst gibt es bei Mose keine Rabatte, sonst gibt es bei Mose kleine Geschenke obendrauf. Ja. Ja. Deswegen sehr, sehr cool. Ja. Alex. Marvin. Real Life. Ja. So in drei Sätzen. Was war los? Da war ja jetzt nur Weihnachten, Silvester, Neujahr. Ich wollte gerade sagen, da war halt ein bisschen was zwischendrin. Also ich könnte jetzt sagen, Weihnachten war halt ganz entspannt mit der Familie. Aber so richtig groß, detailreich könnte ich das nicht mehr erzählen. Also ich weiß, dass wir, dass ich sehr, sehr viel gegessen habe. Essen an Weihnachten. Ganz komisch, ne? Ne, und an Silvester haben meine Freunde und ich einen ganz entspannten gemacht. Zu zweit reingefeuert. Kennst du diese Exit Games als Brettspiel? Exit Games? Also wo du so Sachen verschieben musst, um dann was rauszukommen. Ja, du kennst doch diese Exit Room, wie heißen die denn? Escape Rooms. Escape Rooms. Und das als Brettspiel. Das gibt's als Brettspiel? Ne, kenn ich gar nicht. Das, äh, ich glaub die heißen Exit Game. Und die verschiedenen Kategorien, also Anfänger, Fortgeschrittener und Profi. Und, äh, sind an sich super cool. Nur wir sind, äh, an Silvester an einem Fortgeschrittenen sehr hart gescheitert, muss ich sagen. Okay. Aber die machen echt Spaß. Also kann ich dir und euch auch auf jeden Fall empfehlen. Sehr nice. Anzugucken. Ja, Jahresende war eigentlich recht entspannt. Ähm, auch, ähm, Weihnachten mit der Family verbracht. Äh, bei uns gibt's traditionell immer sehr, sehr geiles Essen. Bei uns gibt's immer eine komplette Brute. Also das, was die Amis praktisch an Thanksgiving machen, machen wir an Weihnachten. Ja, das war sehr, sehr nice. Hat auch sehr, sehr gut geschmeckt. Ähm, ja, war cool. Weihnachten war echt entspannt. Ähm, abgesehen von einer Sache, die noch am Heiligabend passiert ist. Und zwar ist da noch ein Gewinnspiel mit der E.ON gestartet. Und ich bin auf die kleine Idee gekommen. Da war ich bei 99.700 Abonnenten auf YouTube. Bin auch auf die Idee gekommen. Hier Mo, äh, wie wär's denn, wenn wir in das E.ON Gewinnspiel einfach noch reinpacken würden, dass die Leute auch Shisha WG auf YouTube abonnieren müssen. Und der Mo so, okay. Und dann haben wir das gemacht. Und dann sah mein Heiligabend oder meine Bescherung so aus, dass wir die Geschenke gegenseitig verteilt und ausgepackt haben. Und nebenbei stand mein Laptop auf dem Tisch mit dem Live-Abonnenten-Counter, um zu gucken, wann ich die 100 Kacke knacke. Und dann habe ich nach der Bescherung wirklich meinen Bruder geschnappt, bin noch ins Studio gefahren. Dann haben wir noch einen Livestream angeschmissen und haben tatsächlich nach über vier Jahren YouTube mit Shisha WG die 100.000 Abonnenten geknackt. Also da habe ich noch ein sehr, sehr nices Weihnachtsgeschenk bekommen von der Community. Ja, geisteskrank, wirklich geisteskrank. Da kommen wir aber, glaube ich, nochmal genauer drauf zu sprechen. Ja, das war sehr, sehr cool. Silvester haben wir mit ein paar Freunden bei mir daheim gefeiert. Und ja, der Anfang des Jahres, ich will da gar nicht so weit drauf eingehen, aber es gehört halt so dazu, was bei mir passiert ist. Seit Anfang des Jahres bin ich wieder Single. Also da hat das Jahr erst mal ein bisschen durchwachsen gestartet, würde ich sagen. Also auch wenn wir uns da beide relativ einig waren, dass das keinen Sinn mehr macht in der Zukunft, ist es natürlich trotzdem erstmal ungewohnt, wenn du zwei Jahre mit jemandem zusammengelebt hast. Ja, aber da ich das jetzt so ein bisschen in der Retrospektive sehe, also jetzt, zwei Monate später, ist schon wirklich wieder alles geil. Also es war sogar deutlich schneller, alles wieder gut. Aber ich habe mich dann in den Sport gestürzt, ich habe mich in die Arbeit gestürzt, ich habe viel mit Freunden gemacht und so. Deswegen ging das dann alles irgendwie rucki zucki und jetzt ist alles wieder wunderbar und ich bin wieder voll in meinem Alltag drin. Und bietet einem natürlich auch sehr, sehr viele Freiheiten, die man vorher vielleicht nicht so genießen konnte, wo man auf andere Leute Rücksicht nehmen musste. Und ja, das versuche ich so ein bisschen auszuspielen. Ja, vor allem Sport ziehst du ja wirklich wieder richtig krass durch, muss ich sagen. Also seit Anfang des Jahres bist du super gut dabei, fast daily sogar. Am Anfang war ich daily bis zu meiner Booster-Impfung, die hat mich dann im Januar noch mal ein paar Tage weggeklatscht. Aber abgesehen davon bin ich eigentlich immer zwei oder drei Tage und dann einen Tag Pause. Aber auch an den Pausetagen versuche ich dann noch irgendwie was zu machen. Ja, zum Beispiel... Sei es 15 Runden Beat Saber auf Expert, was dich auch gut ins Schwitzen bringt oder irgendwie irgendwas anderes. Ja, aber sportmäßig geht es ganz gut voran. Ich sehe da auch gute Fortschritte und bin wirklich wieder tief im Thema drin. Also ich merke schon, dass... Ich fand es ja krass, als du die Story gepostet hast mit dem Gürtel, mit dem... Wie eng den wieder schneiden kannst. Ja, beziehungsweise dass ich den gar nicht mehr eng genug schneiden kann. Also mein Gürtel passt mir einfach nicht mehr. Ach, gar nicht mehr? Nee, also eigentlich macht der gar nichts mehr. Der hat eigentlich gar nichts mehr. Aber ist doch mega. Ja, aber tatsächlich habe ich nicht abgenommen. Also gewichtsmäßig habe ich mich nicht verändert. Auf der Waage, Gewicht ist dasselbe geblieben, aber die Proportionen haben sich halt wieder geändert. Es ist wieder mehr Muskeln auf Brust, Schulter und Co. und Arme draufgekommen. Und natürlich ein bisschen Bauchspeck weg. Ja, vor allem, ich finde halt, man merkt es auch bei dir gerade in Kraftwerten. Also wir waren ja heute auch trainieren, vor der Aufnahme noch. Und du warst ja bei 85, glaube ich. 90 Kilo, Mensch. Achso, ja. Und bist dann heute hochgegangen auf 90 und die gingen ja super easy. Die gingen echt gut von der Hand. Da war ich aber selbst überrascht. Also beim letzten Mal war ich bei 85 Kilo Bankdrücken. Heute bin ich auf 90 hochgegangen und eigentlich mache ich immer, wenn ich dreimal 8 habe, also drei Sätze, 8 Wiederholungen, gehe ich hoch. Und dann bin ich heute hochgegangen und habe 8, 8 und 10 Wiederholungen geschafft. Und das war krass. Also theoretisch müsste ich beim nächsten Mal schon wieder hochgehen. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Mache ich auch. Ja, mein Ziel ist es schnellstmöglich wieder über die 100 Kilo zu kommen beim Bankdrücken. Auf drei Sätze, 8 Wiederholungen. Ja. Ja, aber geht gut voran. Ich bin auf jeden Fall motiviert. Ich lese mich wieder viel in das Thema ein. Ich versuche meine Ernährung ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Rennen super viel zum Sport. Also da bin ich echt angekommen in dem Thema. Sehr cool. Ja. Aber diesen ganzen gesunden Lifestyle, das muss man auch ein bisschen ausgleichen, weißt du? Ja, natürlich. Muss man auch ein bisschen Pfeife rauchen nebenbei. Ja. Ja. Das gehört einfach dazu. Das gehört einfach dazu. Und das mache ich auch fleißig. Und in der Shisha-Welt ging natürlich auch einiges ab seit unserer letzten Episode. Wir werden versuchen, heute so ein bisschen den Bogen zu spannen von dem, was von der letzten Episode bis zum Anfang Februar war. Genau. Und werden dann in der nächsten Episode ganz normal den Februar behandeln und dann, wie wir es immer machen, von Episode zu Episode berichten von dem, was so passiert ist in der Shisha-Welt. Ja, das hört sich auch gut an, oder? Ja. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein in Dezember 2021. Ja. Und das Ganze hat angefangen mit einer sehr, sehr coolen Aktion von Place, wie ich finde, und zwar dem Place Adventskalender. Haben einige Leute einen Adventskalender von Place bekommen. Genau, war so eine Friends and Family Aktion. Genau. Ja. Und mit verschiedenen Sorten zum Testen, die es so nicht gibt. Und ich weiß gar nicht, hast du alle durchprobiert? Nee, ich habe nicht alle, alle geraucht. Okay, weil mir fehlen auch noch welche, muss ich ehrlich sagen. Aber da waren für mich echt ein paar Highlights dabei. Ja. Da waren auch super wilde Sachen dabei, wie zum Beispiel irgendwie Kürbis. Nee, der Kürbis, der war noch im Oktober, das war Halloween Special. Echt? Das war auch eine Friends and Family Aktion von Place. Da war der Wintertraube und? Nee, das ist Hokkaian. Ah, okay. Hokkaian hatte zwei Weihnachtssorten. Ja. Den Wintertraube und noch einen. Ja. Und an Halloween gab es von Place und Hokkaian die Kürbissorten. Okay. Stimmt, ja, ja, ich erinnere mich. Ja, ja, jetzt habe ich es wieder. Ist schon ein paar Tage her, ne? Ist schon ein bisschen her, ja. Und, aber zum Beispiel ein Highlight für mich im Adventskalender war auf jeden Fall der Traumminze von Place. Oh ja. Da bin ich sowas von dabei. Also, der hat mich wirklich sehr hart überzeugt. Und das war auch die erste Nachricht dann an Place so, wann kommt der denn raus? Weil, ich muss sagen, den habe ich mir gebaut und ich war schon sehr gehypt, weil ein guter Traumminze auf Darkpland findest du so nicht auf dem deutschen Markt. Fehlt einfach noch. Es gibt diese ganzen Chupa Graper und sowas. Genau. Aber es gibt keinen richtigen klassischen Traumminze. Und das war von Place echt ein Brett, wie ich finde. Für mich persönlich waren noch ein paar cremige Flavor wirklich sehr, sehr gut. Also sowas wie True Puff zum Beispiel. Den habe ich ja auch geliebt, ne? Also noch mit dieser Zimtnote. Boah, Feierabend. Der war richtig nice. Zimt war sehr, sehr lecker. Ansonsten es waren verhältnismäßig viele cremige Flavor dabei, wie ich finde. Also auch sowas wie Käsekuchen, was ich nicht schlecht fand. Ja, deswegen habe ich auch tatsächlich gar nicht so viele geraucht, weil bei diesen cremigen Flavorn stellen sich mir direkt die Nackenhaare auf. Aber es war noch eine Grapefruit dabei, wo ich selbst sagen muss, als jemand, der nicht so gerne Citrus raucht, habe ich den echt gerne untergemischt. Das war auch noch ein gutes Ding. Und sowas für Liebhaber war halt auch dabei, zum Beispiel Koala Food, als Eukalyptus. Hat ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt, weil den letzten Eukalyptus, den ich hatte, war der Tasmanelyptus von Sumo. An den habe ich auch gerade gedacht. Und da muss ich sagen, der war auch echt gut. Also für Liebhaber echt ein Brit. Ja, fand den auch echt nice. Ja, also Blaze Adventskalender war auf jeden Fall eine sehr coole Aktion. Hatte man jeden Tag ein Türchen aufzumachen, jeden Tag eine Sorte. Klar, das von 24 Sorten geben, hat mir alle 24 gefallen. Das ist natürlich, kannst du gar nicht von ausgehen. Allein wegen dem cremigen Anteil waren halt bei mir ein paar, die ich nicht direkt selbst geraucht habe, habe ich dann irgendwie an Freunde oder sowas gegeben. Oder den Energy zum Beispiel. Ja, den Energy habe ich zum Beispiel dir gegeben, weil ich weiß halt bei mir, Energy, Tabak, äh, äh. Ich fand den geil. Ja, ich fand den Geschmackssache, ne? Ja, klar. So ist das halt. Ja, aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Aktion. Und dann kam noch was cooles raus, und zwar die Stainless Steel Variante von der Case. Oh, endlich. Endlich, Digga. Triest. Edelstahl Base wirkt noch mal so viel hochwertiger und so viel geiler, dass es für mich gar nicht mehr in Frage kommt, die Pomme-Variante zu rauchen. Nee, gar nicht ganz. Wenn ich die Stainless Steel zu Hause habe, liegt die Pomme-Base auch in einer Kiste bei mir, in meiner Zubehörkiste. Und ich benutze nur noch die Stainless Steel Variante. Ist bei mir wirklich original dasselbe. Vor allem, sie sieht auch so clean aus, mit einem farbigen Sleeve dann oben am Plow-Off und dann trotzdem alles aus... Dann vielleicht noch die passende Bowl dazu oder so. Ist schon sehr, sehr nice, muss ich sagen. Ja, die ist wirklich sehr nice geworden. Aber was auch noch rausgekommen ist, und da hat sich der liebe Marvin sehr, sehr drüber gefreut, waren einige Flavor von Darkseid und unter dem anderen, beziehungsweise neben Berger Monster, also Berger Mod, Bavi O ist Orange und Emerald Touch und Starline kann ich dir gerade gar nicht sagen. Kann ich dir auch nicht sagen, aber Starline ist für mich auch sehr uninteressant, muss ich sagen. Mittlerweile schon. Also was Virginia angeht, finde ich, gibt es einfach bessere Sachen? Ja, ich finde halt von Starline gibt es teilweise gute cremige Sachen, also Belgian Morning, Blue Crump, Tender Tau vielleicht noch. Und da hört es aber bei mir auch schon auf. Genau, French Puff könnte ich noch dazu nehmen für mich. Ja, aber da finde ich, gibt es auch gute andere Alternativen. Aber auf jeden Fall Darkseid, Black Torrent. Finally! So lange habe ich drüber geredet, dass ich diesen Tabak so liebe und bete, dass er endlich in Deutschland rauskommt und dann ist er endlich in Deutschland rausgekommen. Für alle, die sich unter dem Namen nichts vorstellen können, Black Torrent ist Black Currant, also schwarze Johannesbeere, für mich einer der geilsten Flavor, die man in eine Shisha packen kann. Auf jeden Fall. Ultra leckeres Ding und endlich war der Teil auch in Deutschland draußen. Da muss ich aber kurz einen Mini-Exkurs starten und zwar, was ist eigentlich los mit Darkside Base? Der ist bei mir immer furztrocken. Also für mich gibt es mittlerweile gar nicht mehr die Frage, nimmt man Darkside Base oder Core vom Nikotin-Level her, sondern ich finde, Core ist die einzige Alternative, die du gut rauchen kannst. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall weniger geworden, was ich nicht schlecht finde, aber ich finde, das kommt immer voll auf den Flavor an. Also ich habe teilweise noch Base-Sorten zu Hause, vielleicht auch, weil sie älter sind, aber ich habe noch Base-Sorten zu Hause, die sind auf jeden Fall okay von der Feuchtigkeit her. Vielleicht wirklich, weil sie älter sind, aber wenn du dir von dem Black Torrent, hatte ich als erstes Base, der war echt furztrocken. Und der war so trocken, dass ich den gar nicht rauchen wollte, so richtig. Also ich habe den Black Torrent natürlich trotzdem geraucht, aber... Aber du konntest den auch rauchen, finde ich, aber es war schon... Da hat definitiv was gefehlt an Molasse. Ja. Und das von Darkside, wo wir früher immer waren, so Junge, wie viel Molasse willst du an deinen Tabak packen? Darkside? Ja. Das war ein bisschen schade. Aber ja, man konnte ihn trotzdem rauchen und geschmeckt hat er trotzdem, aber seit ich dann das erste Mal die Core-Variante hatte, war ich so, ja, dann halt nie wieder Base. Ja. Und so ist das bei vielen neuen Darkside-Flabern, finde ich. Aber ich muss sagen, der ist auch schnell weggegangen bei mir. Ja, bei mir auch. Das war... Ich brauche auch definitiv wieder Nachschubeln. Aber ich finde, der könnte ein bisschen intensiver sein. Ja, aber das ist, glaube ich, so eine generelle Black Torrent-Krankheit oder Black Currant-Shisha-Tabak-Krankheit. Hatte ich beim Master für mich auch gehabt. Ja, das ist einfach an sich nicht so ein super dominanter und intensiver Flavor. Also er ist halt einfach ein bisschen dezenter. Aber ich mag den trotzdem unglaublich gerne. Also rein vom Geschmack her mega. Ja, finde ich nämlich auch. Gut, und dann kam noch eine neue Pfeife, die ist auch schon ein paar Tage raus und ihr habt sie schon bei Alex gesehen, ihr habt sie schon bei mir gesehen. Es gibt ein Video dazu, die X-Hooker Morph kam raus. Eine Pfeife von X-Hooker, die man sowohl groß als auch klein rauchen konnte und die es in drei verschiedenen Varianten gab. Einmal schwarzes Pomme, einmal weißes Pomme und Edelstahl. Da muss ich auch direkt dazu sagen, für mich die einzige gute Option ist die Edelstahl. Same. Also ich bin auch mit der Edelstahl einfach super happy. Ja, weil man muss zu den Pomme-Varianten sagen, da ist leider keine Edelstahl-Rauchsäule in den Pomme-Elementen. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Weil ich habe, der Tufel hatte mich gefragt, welche Variante ich gerne hätte und dann war für mich eigentlich klar, die Edelstahl-Variante. Fand ich einfach so vom Look her am schönsten und mit der bin ich halt super happy. Aber ich wusste gar nicht, dass es da gar keine Innentau-Raucher aus Edelstahl gibt für die Pomme-Varianten. Ja, gibt es da nicht und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen ist da für mich die einzige Option die Edelstahl. Die kostet aber, glaube ich, auch nur 30 Euro mehr. Damit ist das wirklich in Ordnung. Ja. Und da gibt es ja auch noch Code Directly 10 und Code SWG 10. Dann kann man auch 10% sparen. Dann hat man das Geld auch fast schon wieder raus auf die Edelstahl-Variante. Ja. Du hast auch noch ein neues Pfeifchen. Ich habe einige neuen Pfeifen. Und zwar habe ich mir Union zusammen gesammelt in der Zeit jetzt. Und zwar habe ich einmal die Argument. War bei mir schon länger so eine Pfeife, die ich unbedingt haben wollte. Hab die einst mal bei Flo Carbon Smog geraucht und fand die einfach vom Look her so besonders. Auch wenn sie teilweise auf Insta so Standard geworden ist, kann man schon fast sagen. Deswegen habe ich mir tatsächlich keine mehr geholt. Aber ich persönlich habe sie einfach gefeiert. Deswegen wollte ich davon unbedingt noch eine haben. Dann habe ich noch mir auch endlich, das habe ich ja stand ja auch schon lange im Raum, habe ich bei dir auch schon oft gesagt, einen Fibonacci endlich geholt. Oh, wunderschöne Pfeife. Und zwar in der Skeletten-Variante. Also mit Kupfer anstatt mit Epoxy ist das, glaube ich, bei den normalen. Auch superschön, lässt sich supergut rauchen. Und das ist halt so dieses Besondere an der Fibonacci, finde ich. Das hatten wir auch schon häufiger im Livestream, vielleicht auch schon im Cast erzählt. Eigentlich ist die Pfeife sehr, sehr schlicht und trotzdem hat sie was Wunderschönes an sich. So vom Design her, vom Rauchverhalten eh, finde ich. Gerade mit einer Tradiball, supergut. Und ich habe mir noch eine Sleek geholt. Da wurde ich ein bisschen geinfluenced. Haben mir ein paar Leute gesagt, so Sleek vom Rauchverhalten her mega geil. Und da hat ein neuer Shop, der Smoke Club Shop, die beiden Jungs kennst ja auch, ist neu an den Start gegangen. Und die hatten die Comicserie von Sleek da. Und da habe ich die Rick and Morty Variante von Union gesehen und dachte so, okay, ist echt eine coole Serie. Pfeife sieht cool aus, die hätte ich eigentlich auch noch gern. so und jetzt habe ich einmal, ich weiß gar nicht, was gibt es noch für Union Varianten? Sind das nicht sogar alle? Ich glaube, das sind alle. Ja, ne? Ich glaube schon. Jetzt habe ich einmal komplette Union... Die Argument, die Fibonacci und die Sleek. Ja, jetzt habe ich einmal komplette Union... Sleek in Comic. Die Union Produktpalette zu Hause. Sehr so wild. Und, was ist dein Favorit von Union? Boah, also ich glaube, die mich am meisten begeistert beim Rauchen ist die Fibonacci. Danach würde ich sagen, so von der Benutzung her, die Sleek. Und die Argument ist wirklich sehr, sehr weit hinten, muss ich sagen. Aber die Argument ist halt auch so ein unglaublich besonderes Ding. Ja. Das ist halt, wenn die jemand will, dann will man die. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und dann ist das so. Die Union ist so so, da muss ich wirklich Bock drauf haben, die zu rauchen. Also bei der Argument. Weil es ist halt auch, es ist eine Riesenpfeife, wir sind beide eher die Fans von kleineren Pfeifen. Ja. Und ich meine, eine Fibonacci ist schon groß, aber die Union, die Argument ist noch mal ein ganz anderes Level. Wobei ich auch sagen muss, dafür, dass sie groß ist und ich ja eigentlich kleine Pfeifen auch lieber habe, nehme ich die auch verdammt oft im Homera, wenn die verfügbar ist. Im Homera steht ja auch eine, die man brauchen kann. Und ich habe die wirklich sehr, sehr häufig mir dann ausgesucht. Ich auch. Also wenn ich beim Homera bin, ist auch häufig die erste Wahl die Argument. Auch einfach, weil du sie nicht putzen musst. Ja. Weil das ist halt auch so ein Ding bei so einer großen Pfeife, gerade so, wenn die komplett aus Holz ist, musst du halt ein bisschen aufpassen. Ich habe da schon einige Nachrichten bekommen, dass auch unten beim Standfuß, da gibt es teilweise Probleme, dass das Holz aufgeht. Oh krass. Ja. Und ja, aber Homera auch sehr, sehr häufig genutzte Pfeife von mir. Also sachte, wie eine VUCA, putzen, reinlegen und so. Mache ich auch wirklich so, ja. Ja. Du hast noch AF aufgeschrieben. Was gibt es bei Alfacher für News? Habe ich gedacht, so nach deinen Dubai-Stories und wo du ein bisschen über AF erzählt hast, habe ich überlegt, ich habe ewig kein Alfacher mehr geraucht. Auch so die neuen Sorten, die jetzt in Deutschland auf dem Markt sind. So die Crystal-Line noch nie probiert. Und da habe ich mir ein paar Flavor von denen zusammengesucht und muss sagen, ich war wirklich begeistert. Also zum einen der Fuchsia von Alfacher, der Himbeere, der war, glaube ich, innerhalb von einer Woche weg, weil das einer der neuen Lieblingsflavor von meiner Freundin ist, weil der halt wirklich bapsüß ist. Ja. Und für mich hat sich der, der Crystal-Double-Crunch, also der Doppelapfel mit einer leichten Cooling-Note, ist momentan mein Lieblings-Doppelapfel zu mischen. Mhm. Also weil der nicht so krass penetrant ist wie der von Rewaschi. Ja. Finde ich, harmoniert der sehr, sehr gut mit anderen Flavoren und ist momentan in fast jedem guten Nachtkopf von mir drin. Also das ist nachvollziehbar. Also ich muss sagen, ich bin ja niemand, der Doppelapfel mischt. und pur rauche ich halt auch den Rewaschi lieber. Aber ich kann die Argumentation dahinter so gut nachvollziehen. Hast du auch den Crystal Yellow probiert? Weil das ist so einer meiner Favoriten. Ich bin halt gar kein Zitrone-Fan. Also objektiv ist er nicht schlecht, oder ist gut, aber für mich ist es jetzt kein Flavor, den ich häufig rauchen werde. Okay. Also ich habe den Craphew noch hin und wieder geraucht, der ist auch fein. Kommt für mich nicht dran, den Crap 2.0 ran. Aber ist auch wieder so, der Craphew ist ein bisschen dezenter. Wenn du wirklich nur eine leichte Unternote willst von Traube, dann ist der cool. Ja. Aber bei mir läuft wirklich am häufigsten der Double Crunch, muss ich sagen. Ja, krass. Aber dann gibt es den Fuchs ja halt bei Mrs. Directly. Genau, so sieht es aus. Ähm, Booster? Booster war eigentlich nur Booster-Infung. Ich weiß gar nicht, wie hast du die vertragen bei dir? Ja, bei mir hat sie, also man muss dazu sagen, die ersten zwei Impfungen habe ich mir relativ schnell reinballern lassen. Bei der Booster-Impfung war ich irgendwie ein bisschen langsamer. Ich hätte dann einen Termin direkt einen Tag vor Silvester haben können. Den habe ich aber gecancelt, weil ich mir dachte, naja, die ersten zwei Impfungen haben mich ausgenockt. Wenn mich die Booster-Impfung auch wieder ausknockt, dann ist Silvester für den Arsch. Hab die also geskippt. Und dann gab es ja tatsächlich die 2G-Plus-Regelung. Ja. Und dann bin ich ja, ich war ja andauernd im Gym, und mit der 2G-Plus-Regelung hätte ich dann jeden Tag einen Test machen müssen, um ins Gym zu gehen. Und das war mir dann zu doof. Und dann habe ich mir auch die Booster-Impfung geholt. Die hat mich tatsächlich wieder ein paar Tage ausgenockt. Ach krass, weil bei mir war wirklich nur so ein bisschen schlapp am Tag der Impfung. Und danach war eigentlich wieder völlig fein, muss ich sagen. Ja, bei mir kam das wirklich, ich war morgens impfen und abends ging es schon los. Ach krass. Ja. Und dann hatte ich wieder Gliederschmerzen und Schüttelfrost und ich lag auf der Couch und habe mich zugedeckt und habe mir einen Tee gemacht und habe entspannt Serie geguckt. Und dann dachte ich mir irgendwann, hm, ich glaube, ich gehe mal lieber ins Bett. Und in dem Moment, wo ich aufgestanden bin, habe ich den Schüttelfrost, also das ist wirklich keine Übertreibung jetzt, ich habe den heftigsten Schüttelfrost meines Lebens bekommen. Ach krass. Ich war so am Zittern und am Frieren, dass ich zugedeckt im Bett auf der Heizdecke lag und nicht mehr in WhatsApp tippen konnte, weil ich so hart gezittert habe. Okay, das ist echt hart. Und das ging dann irgendwie so anderthalb Stunden. Ich habe dann irgendwann versucht, einfach ein bisschen Serie zu gucken und mich abzulenken und es war wirklich heavy. Und dann habe ich mir noch eine Paracetamol reingeworfen, dann ging es irgendwann, dann habe ich gepennt und am nächsten Tag war es wieder wie beim letzten Mal, so als ob ich den Tag davor irgendwie heftig gesoffen hätte oder so. Also Hangover-mäßig. Genau, so Kater, Hangover, irgendwie so ein bisschen Kopfweh, so ein bisschen schlapp, so bei allem, was ich tue, irgendwie sehr schnell im Arsch. Ja, so ein richtiger Mäh-Tag. Ja, so war das bei mir mit dem Booster. Ja, und bei mir war es nicht nur ein Booster, sondern relativ zeitnah an dem Booster hatte ich noch zwei Zahnlöcher und war dann beim Zahnarzt und ich weiß, hast du Schiss vom Zahnarzt? Ja. Genau, und so ist es. Also, was heißt Schiss? Aber das ist so ein tiefsitzendes Unbehagen. Allein wenn ich reinlaufe, mir dieser Geruch in die Nase steigt, könnte ich eigentlich schon wieder sagen, schön war es, wir sehen uns wann anders, könnt umdrehen und wieder rauslaufen. So geht es mir nämlich auch. Du kommst da rein und willst eigentlich so schnell wie möglich wieder da raus. So, dann lag ich da und dann sagt er so, ja, wir haben hier jetzt so zwei kleine Löcher, die müssten wir halt ausmerzen. Also bohren und füllen oder was? Genau. Also nee, es war wirklich klein, also kein großer Aufwand. Ich bin halt wirklich, was das angeht, ein krasser Hyperonder und war dann direkt so, ja, kann man das vielleicht mit Betäubung machen? Und er so, das lohnt sich gar nicht, mach mal erst mal so. Und ich lag dann schon so, hab angefangen zu schwitzen und dachte so, oh Gott, bitte, bitte, lass es nicht so schlimm werden. Weil noch mein, weil ich wollte eigentlich am Abend dann noch was mit meiner Freundin machen, wollten auch schön essen gehen, in Sumera gehen. Und bei Löchern war halt so mein Gedanke so, geht eh nicht. Dann hat er gemeint, ja gut, wenn wir das jetzt so machen, können sie in ein bis zwei Stunden eigentlich wieder essen, rauchen, das ist gar kein Problem. Bei Betäubung erst wieder in 24 Stunden, so nach dem Motto. Und dann saß ich da so und dachte so, ja komm, probieren wir es halt. Und es war wirklich ertragbar, aber allein dieses Geräusch, direkt Gänsehaut des Todes gehabt. Also es, ich hoffe, es kommt nicht wieder vor. Bin ich ehrlich. Ich dachte, hattest du schon mal Löcher gehabt? Musst du es schon mal bohren lassen? Alex, ich erzähle dir die Story, die der Grund für meine tiefe Zahnarzt Abneigung ist. Es war ein verregneter Donnerstag im Jahre 2016. Ich weiß nicht, ob es 2016 war, aber... Jetzt ist es 2016. Jetzt ist es 2016. Nee, ist schon ein bisschen her. Ich war beim Zahnarzt, der hat geguckt und dann hat er ein Loch gefunden und meinte so, ja, das müssen wir bohren. Willst du eine Betäubung? Und ich so, nee, komm, mach. Und das, Alex, war einer der größten Fehler, die ich in meinem Leben begangen habe. Ja, man könnte jetzt sagen, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja, keine Ahnung, Insert, random, schreckliches Ereignis hier wäre schlimmer. Nein. Nein. Ich weiß, real talk, nicht, ob ich schon mal schlimmere Schmerzen als an diesem Tag hatte. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Zahnarzt mit den Bohrern in meinen Scheißnerv rammt und da noch extra viel rumwackelt, sodass ich möglichst viel leiden muss. Ich war wirklich kurz vor dem Punkt zu sagen, verpiss dich von meinem Gesicht, Junge, oder ich klatsch dich von meinem Gesicht weg und lauf da raus. Es ging gar nichts mehr. Das war so schrecklich. Und an diesem Tag habe ich mir geschworen, wann auch immer ein Zahnarzt fragt, willst du eine Betäubung, schreie ich in dieser Millisekunde so viel, wie du da hast. Und das ist wirklich nicht übertrieben, das ist nicht frei erfunden, das ist exakt so passiert. Das war die dümmste Entscheidung meines Lebens. Da muss ich sagen, fand ich meinen Zahnarzt echt lieb, weil er halt gesagt hat, so, das geht auch ohne. Und ich habe ihm da auch vertraut und gesagt, okay, und das war auch wirklich okay. Aber ich glaube, dann würde er auch sagen, so, willst du nicht, lieber in Betäubung haben? Ja, er hat aber auch nicht mehr nachgefragt. Das meine ich halt, eigentlich müsste ein Zahnarzt ja wissen, so ungefähr, wie tief das Loch ist. vielleicht dachte der einfach, ich bin so ein schmerzlieferabender Mensch oder so, aber war ich leider nicht und bin ich auch leider nicht. Ja. Ach ja. Ja, war doof. Ja, kann man nicht, kann man einfach nicht anders sagen. Das war halt einfach selten dämlich von mir, aber gut, manchmal muss man halt fühlen, um zu lernen und oh boy. Das habe ich, das habe ich definitiv. Ah, schön. Ja. Und seitdem hast du dich jegliche Zahnärzte. Also, wenn mal irgendjemand jemanden vorstellt und sagst, das ist übrigens mein Zahnarzt, wenn ich einfach aushole, dann weißt du jetzt warum. Nein, ich würde ihn nicht ausholen. Ja, natürlich nicht. Aber, boah, Zahnärzte, holy fucking shit. Ja, also. An dem Tag. Gut, egal, lass uns mal über was Schönes reden, sonst fange ich hier gleich an zu weiden, das wollen wir alle nicht im Cast. Also, ansonsten haben wir von Mose nochmal. Kommen wir wieder zurück zum schönsten Thema. Shisha. Genau. Und zwar hat Mose auch neu, also, Anfangszeichen neu, im Dezember die Forged Carbon Zubehörsachen released. Unter anderem natürlich einmal hier die Mundstückerweiterung, aber auch ein Sleeve. Und ich muss sagen, das Sleeve auf der Mose mit schwarzer Base in einer dunklen Ball sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Achso, muss man mal wieder sagen, Mose, Sponsor, Werbung. Haben wir euch ja schon wie oft erzählt, dass wir jetzt wahrscheinlich in jedem dritten Satz einmal Werbung sagen müssen. Ja, sind halt die Regeln, was willst du machen. Ja, kam raus für mich tatsächlich mehr das Mundstück als das Sleeve für die Pfeife. Ja, also gerade das Mundstück habe ich sowohl hier als auch daheim super gerne dran. Finde ich übel nice. Ich stehe eh auf diesen Forged Carbon Look und das am Mundstück dran, gerade mit der Carbon Extension, die ich eh super gerne mag. Mega geil. Ich muss sagen, ich benutze meistens bei den Mose Mundstücken sogar die komplette Edelstahl-Variante, die du hast. Ja, so wie ich habe es mit der Extension. Genau. Ja, finde ich auch cool, aber ich merke tatsächlich, dass es dadurch vorne ein bisschen leichter wird, wenn man die Carbon Extension benutzt. Ich fand das auch, ich muss sagen, bei mir ist das sehr, sehr nach dem Aussehen vom kompletten Setup abhängig. Als ich noch die normale Base hatte, habe ich auch sehr, sehr oft die Carbon Extension genommen, weil einfach schwarz auf schwarz super gut gepasst hat. Aber ich finde, das Setup, so wie du es jetzt hast, mit dem Edelstahl plus Stainless Steel Base sieht einfach super clean aus. Ja, zu der Stainless Steel Base kommen wir eigentlich auch noch gleich, aber wollen wir die einfach kurz vorziehen, wo wir es schon angesprochen haben? Können wir eigentlich auch direkt vorziehen. Junge, wie viel geiler macht bitte diese Edelstahl Base eine Breeze? Das ist geisteskrank. Da hatte ich auch letztens mit einem anderen Kollegen das Thema drüber, dass ja eigentlich alles so seit zwei, drei Jahren weg von diesem komplett Edelstahl-Look geht hin zu Pomme und etc. Und jetzt so langsam wieder so dieser Hauch von Edelstahl macht alles irgendwie ein bisschen geiler. Ja, irgendwie schon. Sowohl bei der Case als auch bei der Breeze. Ich finde es übel nice. Sieht super gut aus. Weißt du, was das einzige Problem mit der Edelstahl Base ist? Es gibt zu wenige. Das stimmt. Die kam einmal raus, da war die auch innerhalb von gefühlt 0,1 Sekunde ausverkauft und dann gab es einen Restock, der auch wieder sehr, sehr schnell weg war. Ich hoffe, dass Mose die alsbald wiederbringt und auch mal in einer ordentlichen Stückzahl, weil ich glaube, da sind noch einige Leute heiß drauf. Ich hatte bei meiner Stainless Steel Base auch richtig Glück gehabt, weil ich war bei beiden Restocks zu langsam. Zu langsam heißt eine Stunde. Ja, also keine Chance. Und da habe ich dem Moritz geschrieben, weil ich noch Zubehör haben wollte. Dem Chef von Mose. Dem Chef von Mose brauchte er noch ein, zwei Matten und da hat gemeint, der hat noch zwei Bases im Lager hinten gefunden. Da war ich so Moritz. Könnte ich bitte, bitte einen haben, bitte? Ungefähr so. Und seitdem habe ich zum Glück auch ein Stainless Steel Base. Sehr geil. Aber was er auch mitgeschickt hat, was auch sehr cool ist, gab es ja bei der Priest's Run schon, die weiße Base. Und auch für viele neue Looks, weil können wir eigentlich auch direkt noch mitnehmen. Es gibt noch nochmal neue Sleeves für Mose. Unter anderem weißes Acryl. Sehr, sehr schlichtes Weiß mit Edelstahl Akzenten dran. Und das mit der weißen Base zusammen. Super schön. Nice, ja. Also, ich finde es, muss man allgemein mal sagen, super cool, was Mose dann noch mit dieser Plusline gemacht hat, dass du dir am Anfang die Pfeifen kaufen konntest, in echt coolen Colorways und dann kam eine Edelstahl Base und dann kam eine weiße Pomme Base und dann kamen noch die Mundstücke und dann kamen noch die Carbon Extension und dann kamen noch das auch nochmal als passendes Sleeve dazu. Und jetzt auch neu die neuen Mose Hygiene-Mundstücke in einem neuen Design. Mit so einer Kordel dran, die ich auch sehr geil finde. Ich wollte gerade sagen, wir wollten sie euch eigentlich zeigen, ich habe sie aber daheim liegen, leider. Ist auch mittlerweile mein Daily Mouth-Tip geworden. Ich rauche ja zu Hause auch mit Mouth-Tips. Abgesehen vom SVG-Mundstück. Natürlich. Natürlich. Aber da muss man fairerweise auch dazu sagen, ich habe dich gefragt, ob eventuell das SVG-Mundstück geplant ist, in der neuen Variante zu kommen. Danke, jetzt hast du praktisch ein Gerücht in die Welt gesetzt, weil wir wissen genau, dass da direkt Leute kommen, die dann direkt sagen, ja, aber der Alex hat doch gesagt, es kommt. Leute, es kommt nicht. Nein, es war eine Frage. Das SVG-Mundstück ist so, wie es ist und es bleibt so, wie es ist, bis dann eine komplett neue Variante kommt, die aber auch nicht angelehnt wäre, auf die Mose-Mundstücke, sondern wieder was komplett eigenes. Aber das SVG-Mundstück habe ich ja auch zusammen mit Mose gemacht. Genau. Weil ich halt wusste, dass die Mundstücke von Mose extrem nice sind. Aber die neue Form, auch vom Mundstück selber, als auch neues, man kann eigentlich gar nicht mehr sagen Lineyard, sondern es ist ja wirklich eine Kordel, ein dickeres. Wie so an so einem Bootsschlüssel oder so, wo man das oft dran hat. Und was ich auch cool finde, dass jetzt da praktisch nicht mehr so ein Ring oder ein Karabiner dran ist, die immer irgendwann abfliegen, sondern praktisch in einem Silikontipp, was man auf die Spitze vom Mundstück stülpt, da direkt ein Einlass ist, wo diese Kordel durch kann. Ja. Das ist auch eine echt geile Lösung. Und natürlich auch auf die mit Cast 10, 10% Rabatt, für alle, die live dabei sind, heute und morgen. Und für alle, die das jetzt auf Spotify, Apple Podcasts und Co. hören, zwei Wochen ab heute mit Cast 10, 10% Rabatt auf alles bei Mose, außer dabei. Und, wenn wir gerade schon dabei sind, haben wir direkt noch eine Sache. Und zwar finde ich, das ist wieder so ein richtiger Mose-Move. Und zwar etwas extrem, es war eigentlich super offensichtlich, aber niemand hat jemals was dazu gemacht. Ich bin voll gespannt, ich weiß selbst nicht, worauf du gerade hinaus willst. Bis Mose kam und gesagt hat, das können wir besser machen, das können wir cooler machen. Und zwar das Mose-Perfect-Fit-Set. Ja, true. Genau. So eine Kleinigkeit, aber echt eine supergeile Idee. Bei mir super oft in Benutzung, also für euch erstmal zur Erklärung, Mose-Perfect-Fit-Set, was ist das? Mose hat Mose-Dichtungen in zwei Größen. Und eine Kopfdichtung. Und eine Kopfdichtung, aber das finde ich wichtig zu sagen, Base-Dichtung in zwei Größen, das heißt, passt eigentlich, wenn ihr euch das Set kauft, auf jede Steckpfeife, die ihr zu Hause habt. Wenn ich für jedes Mal einen Euro kriegen würde, wo mir jemand gesagt hat, ja, meine Pfeife wackelt, aber auf der Steckball, dann wäre ich ziemlich reich. Ja. Bin ich leider nicht. Aber das Perfect-Fit-Set ist da echt eine, es ist, manchmal liegt Schönheit wirklich in den einfachen Dingen. Genau. Und eine Bowl-Dichtung zu haben, die immer passt, ist einfach ein sehr, sehr schönes Ding. Ja, vor allem auch wieder die Farbreaktion, was da rausgebracht hat. Ich habe, ich habe, glaube ich, noch nie so oft meine Bowl-Dichtungen gewechselt, seitdem dieses Set draußen ist. Ja, normal hattest du immer die Weißen, die irgendwann ekelhaft gelb waren. Oder die Schwarzen. Oder die Schwarzen. Genau. Und dann gab es manchmal noch die kurzen Schwarzen und so. Aber mit den Perfect-Fit, jede Farbe, die es irgendwie bei der Breeze gibt, gibt es auch nochmal als Perfect-Fit. Und das finde ich halt so cool, weil letztens hatte ich eine superschöne Variation, es war Edelstahl-Bass und dann kommt hier als Bowl-Dichtung die Pinke, kommt halt nochmal super gut zur Geltung. die kommen voll durch, ne? Und das dann mit dem passenden Sleeve. Geil. Das ist wirklich eine coole Kleinigkeit. Und ich glaube, nicht nur für Blogger irgendwie, ja, dann kann ich hier, wir haben früher alle gesagt, Color-Code? Color-Match. Nee, es gibt doch irgendwie... Achso, Code-Blue, Code... Ja, ja. Heute rauche ich die im Code-Blue und weiß ich nie was, ne? Ja. Glaube ich nicht nur für so Leute interessant, sondern für alle, die da vielleicht mal ein kleines, besonderes Detail an der Pfeife haben wollen, was super easy auf alle Pfeifen, auf alle Steckpfeifen geht und wirklich was hermacht. Genau. Und dann halt auch noch einen praktischen Vorteil hat. Und das finde ich halt einfach wieder so richtig cool für Mose. Einfach mal weitergedacht, nicht das machen, was jeder macht, sondern einfach mal gucken, was fehlt noch. Und das war wirklich eine Sache, die gefehlt hat, weil es war auch so oft so, wo bekomme ich eine Ersatzdichtung für meine Bowl her? Ja. Das war immer so ein Ding, da hast du... Und auch welche Dichtung passt. Ja. Wofür ist denn die kleine Dichtung? Also die ohne den oben liegenden Silikonrand nochmal und so. Ja. Ne, das war wirklich geil. Hast du auf jeden Fall recht. Okay. Ja, von Dichtung mal weggekommen, kommen wir zu Köpfen. Zu Köpfen, ja. Ja. Und auch schon etwas länger her, aber es kam ein neuer Badge vom Huacaya. Somo X Alpaka Huacaya. Ja. Ja, mit auch einem neuen Colorway. Also es gab ein Restock, ist wieder angelehnt an die Shallow-Variante gewesen, also ein bisschen flacher, was ich auch sehr, sehr präferiere. Aber der neue Colorway Fanta Black, ein komplex so schwarz-schwarz-kau. Super schönes, matt-schwarz. So ein raus-matt-schwarz, könnte man sagen. Und ich muss sagen, ist auch für mich mein Favorite Colorway, was die Huacayas mittlerweile angeht. Allgemein, Huacayas, für mich persönlich ein super guter Kopf. Manchmal für Sessions alleine ein bisschen zu groß, muss ich sogar sagen. Der Shallow immer noch? Dadurch, dass ich sehr, sehr krass beim Bandenberg, beim Hyphen und so weiter bin, muss ich sagen, ja. Also ich habe mich so ein bisschen eingeprüft. Aber findest du, ein Hyphen verbraucht jetzt so viel weniger als ein Shallow-Variante? Schon. Also vom Gefühl her schon, ja. Also ich finde nicht, dass das so, also da liegt was dazwischen, aber ich glaube nicht so viel tatsächlich. Also vom Gefühl her würde ich sagen, da liegt schon ein bisschen was. Aber müsste man jetzt mal messen. Ich könnte hier keine genauen Krammern zahlen und sagen, wie ich den brauche. Und dein Waage hier ist auch kaputt. Das leider auch, ja. Das heißt kaputt, da sind keine Batterien. Nee, aber das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Release gewesen. Ja, bei mir auch super gerne benutzt, super häufig benutzt und tatsächlich greife ich im Moment auch mit Abstand am meisten zu dem Wanda Black, weil das wirklich ein extrem schöner Callaway geworden ist. Und speaking of neue Callaways, obwohl das war dann schon im Januar, das muss eigentlich erst in die nächste Folge mit rein. Aber es gibt noch ein paar andere Köpfe, wo auch noch neue Callaways rausgekommen sind. Und ich glaube, das waren tatsächlich so unsere Themen, die wir für den Dezember hatten. Und dann springen wir doch einfach mal in den Januar 2022. Der Alex war nämlich unterwegs mit dem lieben Dennis von DG Video Production, die da einen kleinen Dreh zu einem anderen neuen Kopf hatten, der auch bei mir super häufig genutzt ist und nur einen kleinen Nachteil hat. Da kommen wir gleich zuerst mal ein bisschen zu dem Videodreh. Genau, und zwar war das Ganze so, der Dennis, der ist ja nicht so oft hier in der Umgebung und hat mir dann geschrieben gehabt, hier Alex, ich bin heute Abend um Umera, hast du nicht Bock vorbeizukommen? Da habe ich gefragt, ja gut, gerne, wann bist du denn da? Man meinte so, ja, ich habe einen Videodreh, ich denke mal so um 18 Uhr und ich war schon so ein bisschen verdutzt, weil 18 Uhr macht es Umera ja eigentlich schon auf. Macht das nicht unter der Woche um 16 Uhr auf? Kann auch sein. Ich glaube, es macht um 16 Uhr auf. Macht es um 16 Uhr auf? Ich glaube schon, ja. Ja, dann ist, so oder so ist es auf jeden Fall. 18 Uhr ist trotzdem recht früh, um in die Shisha-Bar zu gehen. Genau, und es ist halt schon offen für einen Videodreh, habe ich gedacht, so ist halt geschlossene Gesellschaft, dass du halt in Ruhe dein Video drehen kannst. So, dann kamen wir um 18 Uhr da an. Dann trudelte irgendwann so um 18.30 Uhr die Mannschaft von Shades ein. War aber schon etwas gefüllter, muss man dazu sagen. Und ja, Dennis und ich haben erstmal entspontene Pfeife geraucht. Die Jungs haben noch Pizza bestellt und zwar nicht nur eine, sondern fünf. Musst ihr euch vorstellen, hinten die Ecke vor der Küche. Drei Tische waren dann voll. Also Tisch 1 praktisch. Tisch 1 ist doch der in der Bar. Nee, auf der anderen Seite. Ah, okay. In der Ecke da. Genau, und ich musste dann noch irgendwann los und habe dann nur mitbekommen, weil meine Freundin war in der gleichen Zeit mit einer anderen Freundin noch da gewesen, dass Dennis dann im vollen Umera einen Videodreh für den neuen Shades X Tourn hatte und dann durch alle Leute durchlaufen musste mit Lichtern in der Hand, mit Kameradreh. Und die wollten das eigentlich drehen, bevor das aufmacht? Ich habe halt gedacht, das wäre schlauer. Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich auch schlauer gewesen, weil ich habe mitbekommen, dass das Dennis leicht unangenehm war, dann mit dem einen oder anderen Panel da rumzulaufen, um das Video auszuläuchten. Ja, kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein bisschen weird ist. Nee, auf jeden Fall, wofür war der Videodreh? Gerade eben schon angesprochen, der Shades X Tourn in der Black Edition. Also Tourn, eine Marke, die handgemachte, sehr gute Köpfe aus der Türkei vertreiben und mit denen hat Shades jetzt eine Kooperation. Genau. Und finde ich persönlich einen sehr, sehr geilen Kopf. Ich bin aber mal gespannt, welchen Nachteil du meinst. Kannst du es dir nicht denken? Also ich kann es mir schon denken, aber... Was denkst du denn? Ich würde es da... Also für mich persönlich ist der Shades X Tourn vom Verbrauch her etwas zu hoch. Genau. Die Performance finde ich hervorragend. Der Preis ist, finde ich, für das, was es ist, angemessen. Ich würde mich jetzt auch nicht beschweren, wenn er 10 Euro weniger kostet. Auf jeden Fall. 10 kostet er 45 Euro. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ist aber wirklich performancetechnisch ein hervorragender, sehr, sehr guter Kopf geworden. Das einzige Problem, was ich mit dem habe, ist, da muss ein bisschen Tabak rein. Ich hätte mir gewünscht, dass das Depot so 30 Prozent weniger tief ist. Und dann wäre das für mich einer der besten Köpfe, die wir im Moment hätten. Ja, bin ich auch bei dir. Performancetechnisch läuft der wirklich einwandfrei. Ja. Und das komplett schwarze Design finde ich auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, es passt halt zu fast allem. Ja. Genau. Ja, den finde ich auch sehr, sehr nice. Aber wie gesagt, ein kleines bisschen zu viel Verbrauch. Ich ertappe mich aber immer wieder dabei, dass ich ihn trotzdem anmache. Ja, same. Also auch einfach, weil die Performance einfach top ist. Ja. Und da gibt es auch, also der ist schon wieder ausverkauft, aber ich habe die Info, dass es bald wieder einen Re-Store gibt. Das ist cool. Man muss halt dazu sagen, die ganzen Köpfe werden handgemacht in der Türkei. Deswegen kommt auch der Preis zustande. Und zudem ist, glaube ich, die maximale Abgabemenge für Deutschland liegt bei 500 Köpfen. Oh, krass. Was halt dann auch natürlich nicht wirklich viel ist. Ja, wirklich nicht viel. Für den Kopf. Und deswegen finde ich den Preis auch auf gewisse Art und Weise gerechtfertigt. Aber Alex, wenn man sich jetzt so einen schwarzen Kopf kauft, dann bräuchte man ja auch eigentlich noch einen passenden HMD für oben drauf, oder? Eigentlich schon. Um dann mal wieder die perfekte Überleitung zu bauen. Ja. Was würdest du denn da vorschlagen? Mir fallen gerade nicht so viele schwarze HMDs ein. Nee, also ich meine, es gibt natürlich den Karlaut 1 plus Nieres. Ja. Aber es gibt halt auch viele Leute, die wollen lieber mit Edelstahl-HMDs rauchen, ne? Ja, das ist momentan so ein Ding. Das ist so ein Ding. Tja, wäre doch schön, wenn es da einen schwarzen Edelstahl-HMD geben würde. Zum Beispiel den neuen von Xhooka. Genau. Xhooka hatte ja schon HMDs rausgebracht in drei verschiedenen Farben. Es gab Gold, Silber und so ein Flickflack-Rainbow. Flickflack-Rainbow? Naja, nein, also Flickflack oder Rainbow. Nennt man das so. Flickflack-Clack. Ja, also je nachdem, wie du drauf guckst, verändert er die Farbe. Flickflack. Also ich kenne es einfach nur unter Rainbow. Ja, du bist halt auch einfach zu jung für manche Sachen. Du bist zu alt für manche Sachen. Ja. Und zusammen ergeben wir ein funktionierendes Paar Mensch. Ist doch toll. Ja, super ist das. Naja, auf jeden Fall hat Xhooka die drei HMDs rausgebracht, hat die aber nochmal ein kleines bisschen überarbeitet und noch eine weitere Farbe rausgebracht, und zwar den schwarzen. Und ich muss sagen, ich mag den neuen deutlich lieber, ist ein bisschen flacher. Zu 100 Prozent. Sieht ein bisschen schöner aus, funktioniert aber auch ein bisschen besser, und mit der schwarzen neuen Farbe. Auch sehr, sehr hübsch. Ja, und vor allem für einen guten Preis. Also ich meine, die Xhooka-HMDs kriegst du für... Das ist das Wichtigste zu vergessen hier. Ja, Preis-Leistung für 25 Euro kriegst du einen Xhooka-HMD. Ja, aber Alex, da hast du doch bestimmt noch einen Rabattkort, oder? Natürlich. Um mal Werbung zu machen an der Stelle. Mit SVG10 oder Directly10 spart man uns 10 Prozent. Das heißt, wir sind bei 22,50 Euro für einen HMD aus Edelstahl. Das ist schon krass. Finde ich das echt einen guten Preis. Ja, da kann man sich echt nicht beschweren. Aber HMD-mäßig gibt es auch noch ein paar mehr News, weil da ging im Februar tatsächlich noch mal mehr ab. Ja, einiges ab. Kommen wir dann in der nächsten Folge dazu. Ja, aber es gab nicht nur neue Köpfe und nicht nur neue Aufsätze, sondern auch neuen Tabak. Zum Beispiel den neuen Aquamenta Red Nebula. Ein... Was? Da kannst du mich durchcarryen, weil ich hab... Da carry ich dich. Okay, gut. So wie in Spielen. Der Red Nebula ist ein Erdbeertabak von Aquamenta und ein verdammt guter. Also er ist... Er könnte wieder etwas intensiver sein, aber das ist wie so oft der Zwiespalt bei Erdbeertabak. Wenn er zu intensiv wird, wird er manchmal künstlich und komisch. Ja, genau. Und das hat der Tabak sehr, sehr schön getroffen. Also der ist genau an der Grenze, wo man sagen würde, wenn er jetzt noch ein bisschen intensiver werden würde, dann wäre der wahrscheinlich auch ein bisschen meh. Und das ist er nicht. Ist ein solider, nicht zu intensiver, leckerer Erdbeertabak, den ich persönlich jetzt nicht pur rauche, aber ich denke mir auch nicht, boah Junge, jetzt mal wieder einen puren Kopf Erdbeer rauchen. Aber für Mischungen tatsächlich sehr, sehr geil und kann sich auf jeden Fall messen mit den anderen guten Erdbeertabaksorten, die es so gibt, wie zum Beispiel den Shades, finde ich sehr gut, den Savo, finde ich hervorragend und den Revoschi. Und da reiht sich der Aquamenta für mich auch sehr, sehr gut ein. Der Revoschi geht so ein bisschen in die Richtung Erdbeerjoghurt. Ja, ich finde das ist eher eine cremige Erdbeere. Ja, schon. Und deswegen passt der Aquamenta da sehr gut rein. Guter Tabak. Ich habe den einmal in der Mischung probiert, war jetzt nicht krass geflasht davon, aber fand es okay. Deswegen habe ich auch gehofft, dass du den ein bisschen mehr probiert hast als ich. Ja, ansonsten, bei mir, ich wurde hart geinfluenzt von dir. Von mir? Ja. Was? Und zwar von Pikes. Ja gut, man kennt ja den Marvin vor allem für seinen Mode-Influenz. Ja, ist krass. Erst Pikes, jetzt noch die Jack & Jones-Hemden. Aber du hast dir nicht auch eins gekauft? Nein. Gut. Also Pikes habe ich mir gekauft. Ja, erzähle ich aber in der Februar-Folge. Hemdgate. Hemdgate? Hemdgate, ja. Nicht Hemdgate, sondern Hemdgate. Ja, ja. Ja, aber Pikes fandst du dann geil und hast dir geholt, oder was? Ja, also ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen durchgeklickt durch dich. Durch mich durchgeklickt, aber Alex habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich bring den Jungen wieder an den Rande der Verzweiflung. Ey, ist schlimm. Ich mag dich doch auch. Ja. Komm, erzähl, was war mit Pikes? Nee, auf jeden Fall, du hast erzählt, weil wir waren ja beide so ein bisschen auf diesem LFD-Wall-Film. Genau. Weil endlich mal Oversized, wir sind ja beide nicht gerade die schmalsten Jungs. Und da einfach mal ein paar coole T-Shirts, von der Passform her einfach cool. Und du hast gesagt, hier, Alex, ich habe jetzt hier ein paar Pikes-Sachen. Übrigens, da ist natürlich auch Werbung an der Stelle. Ja. Und tatsächlich auch Code SWG10. Genau. Hast du den benutzt? Natürlich. Boah, du bist so ein Depp, ey. Hättest du einfach 10% sparen können, Mann. Ja, ich denke, da habe ich teilgenommen. Also Leute, seid nicht so doof, wie Alex ist. Benutzt Code SWG10 bei Pikes.de. Ja. Hast du echt nicht gemacht? Nee. Dumme Kopf. Okay, nächstes Thema. Nee, aber also ich hatte ja erzählt, mein Problem ist meistens, ich bin halt sehr, sehr groß und dadurch muss ich meistens große Größen nehmen, die dann aber auch extrem viel Spiel am Bauch haben oder dann eben nicht lang genug sind. Also entweder das hängt wie ein Lappen über den Bauch oder es ist nicht lang genug. Das ist mein Dilemma bei T-Shirts. Übrigens, dasselbe gibt es auch bei Hosen bei mir. Entweder die sind nicht lang genug oder die sind zu weit. So, das sind eigentlich die Optionen. Und bei Zip-Hoodies war es ja bei dir krass. Ja, bei Zip-Hoodies ist es auch krass und zum Beispiel trage ich hier gerade den LFDY-Zip-Hoodie und auch wenn ich den sehr, sehr gerne mag, der ist einfach nicht lang genug. Den muss ich mal wieder runterzuppeln und das ist einfach nervig. Und dann, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das kam, Pikes hat mich angeschrieben und Pikes ist ja auch gut mit Moe. Und dann haben wir da gequatscht und dann meinten die, ja, willst du einfach mal ein paar Sachen von uns testen? Ich schicke dir mal was rüber und ich so, ja, ultra gerne. Sieht ja geil aus. Macht einen guten Eindruck. Der Moe redet auch gut davon. Let's go. Will dich testen. Sehr gerne. Und dann kamen die Sachen an und ich war absolut begeistert. Also für große oder fülligere Menschen oder beides ist das was ultra nice. Weil für mich ist das wirklich ein Highlight, wenn ich ein T-Shirt an habe, die Hände heben kann und man nicht meinen Bauchnabel sieht. Und das habe ich bei Pikes. Ja, ich finde Pikes vor allem, das ist nochmal ein, also gerade das T-Shirt, was ich jetzt habe, ist nochmal ein besserer Fit als bei LFDY, finde ich. Und es ist ein, ich finde den Stoff auch nochmal angenehmer. Ja, er fühlt sich irgendwie ein bisschen weicher an. Ja, genau. Also, ohne da jetzt LFDY schlecht reden zu wollen. Nein, auf keinen Fall. LFDY ist für mich immer noch super, super nice. Bei Peso habe ich das Problem, dass es nochmal extremer das Problem ist als bei LFDY. Die Sachen sind meistens nochmal ein bisschen kürzer. Ach krass. Und dann auch wirklich so kurz, dass die mich stören. Okay. Bei LFDY war ich schon so nice, das passt ziemlich gut und bei Pikes war ich dann so holy shit, das ist wie für mich gemacht. Ja, aber da wurde ich auf jeden Fall geinfluenced von dir. Und dann hast du dir ein paar Sachen geholt und bist auch happy mit. Genau, also T-Shirt habe ich mir geholt, werde ich auch noch welche nachkaufen auf jeden Fall. Rose habe ich mir bestellt, aber da wurde ich etwas viel geleitet, weil der liebe Lukas von Ian hat mir gesagt, kauf einfach eine Größe größer oder gleiche Größe. Und ich dachte so, okay, ich habe relativ kurze Beine, dann kaufe ich halt die gleiche Größe, sollte schon passen. Hat nicht gepasst. War viel zu groß oder was? Viel zu klein. Ah krass, okay. Also du hättest wirklich eine Größe größer kaufen müssen. Ja, genau. Okay. Und da war ich dann ein bisschen enttäuscht, weil die Hose an sich fand ich cool, aber... Hat leider nicht gepasst. Hast du zurückgeschickt. Habe ich zurückgeschickt, hat auch alles funktioniert und bin jetzt beim T-Shirt geblieben. Okay, ja. Also ich werde bei Pikes auch auf jeden Fall noch häufiger zuschlagen. Ich hoffe, dass da bald noch einige Motive dazukommen und dann werde ich da auch auf jeden Fall weitermachen, weil die Dinger passen mir einfach zu gut. Ich würde da nicht... Also wirklich, ich merke das bei mir, wenn ich an meinen Kleiderschrank gehe, dann ziehe ich mir als erstes am liebsten die Pikes-Sachen an, weil die einfach so gut passen, sich gut anfühlen. Wunderbar. Kostet natürlich nicht wenig, da ist man bei dem T-Shirt halt auch schnell bei 50 bis 60 Euro. Was... Also damals hätte ich halt gesagt, Junge, halt dein Maul 50, 60 Euro für ein T-Shirt. Was bist du für ein Vollidiot? Das finde ich ja so krass, aber seitdem ich so ein bisschen mehr LFDY und auch mal eine Peso-Hose oder sowas kaufe, bin ich voll in diesem Gedanken, dass es normal ist, dass Klamotten so viel kosten. Ich war zum Beispiel... Man gewöhnt sich dran. Ja, weil ich war letztens mit meiner Freundin shoppen, wir waren im H&M gewesen, wo ich kaum wie lange nicht mehr drin war, und habe wirklich, ich glaube, drei Hosen und noch so ein Hemd gefunden. Fand ich alles cool, habe ich alles mitgenommen und dachte dann schon, oh, das wird teuer. Und es waren dann, glaube ich, summa summarum 70 Euro. Ja. Und ich war so, was? Habt ihr euch vertippt vielleicht? Das fand ich schon krass. Ja. Ja, ist schon nicht so ohne der Preis dann, aber ja, ich bin da auch ultra, ultra zufrieden. Wer nicht so zufrieden war, war der Mo. Ja. Weil den haben wir eingeladen, zusammen mit der Vivi, mit uns im Stream eine schöne Runde Mario Party zu streamen. Wir haben ja schon, wir spielen ja häufiger mal zusammen eine schöne Runde Switch im Stream, ein bisschen Mario Kart. Übrigens freue ich mich auch sehr auf die Map-Packs, die rauskommen werden. Da bin ich richtig gehypt. Ja. Haben Alex und ich schon geredet, also mal gucken, ob wir mal zu jedem Map-Pack dann versuchen, am nächsten Tag oder so einen Stream zu machen oder wann halt der nächste Stream-Tag dann ist und dann die neuen Maps zu fahren. Aber da soll es gar nicht drum gehen, es soll um Mario Party gehen. Ja, weil, wie gesagt, wir haben Vivi und Mo eingeladen und dachten, das ist ja eine ganz entspannte Runde. Five nebenbei, könnte auch für den Streamern cool werden. Dann haben wir die neue Kameraperspektive getestet. Also auf der Couch habt ihr ja auch einen Kamerawinkel theoretisch. Und ja, es lief eigentlich für alle ganz gut. Nur bei Mo war es so ein bisschen, ja, hat ein bisschen hinterhergehangen. Ein bisschen. Ein bisschen. Wir haben ihn auch das eine oder andere Mal ein bisschen hops genommen. Ein bisschen hops genommen. Ja. Eventuell ein bisschen, ein paar Sterne geklaut. Man munkelt. Und er war am Ende auch sehr gut drauf. Ja. Genau. Nee, also Mo haben wir da Schritt für Shit. Ach komm. Shit für Shit. Schritt für Schritt, Stern für Stern und Münze für Münze in den Wahnsinn getrieben. Es kam ja sogar so weit, dass etliche Memes davon erstellt wurden. Und das war so schön. Die benutze ich immer noch, ne? Ich hab die jetzt auch auf WhatsApp. Also Motivation und Co. Oh, den hab ich gar nicht. Den musst du mir mal schicken. Nee? Den schick ich dir doch. Ich hab den Friedman von Mo. Den benutze ich so oft. Es gibt auch Motorboot, aber da weiß ich nicht so richtig, wie ich den benutzen soll. Nee. Da find ich Motivation und so doch schon deutlich geiler. Ja, der war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abend für uns. Definitiv. Und es war... Mo haben wir seitdem irgendwie nicht mehr gesehen. Es war ja wirklich sogar so, dass wir haben noch danach ein entspanntes Köpfchen mal dir geraucht und Mo ist nach Hause gefahren. Und das passiert eigentlich nicht oft, weil wenn du dem Mo sagst, rauchen wir noch ein Feierabendköpfchen, hat er in dem Moment schon die Kohle gelegt normalerweise. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Stimmt wirklich. Mo war gut drauf. Sehr gut. Ja. Nee, aber es war trotzdem ein sehr, sehr witziger Abend. Hat viel Spaß gemacht. Außer Mo. Das ist eh halt nicht so. Ja. Ja, aber kommen wir doch noch mal zu einem neuen Kopf, von dem ich sehr, sehr begeistert war. Ein neuer Kopf mit einer neuen Idee, mit einer coolen Umsetzung und geil. Und zwar der Place Tornado. Genau. Das Ganze ist ein sehr flacher Meerlochkopf. Ja. Trotzdem, boah, ich komme gerade nicht auf die Beschreibung, sehr, sehr massig. Massig, ja. Voluminös. Massig, würde ich sagen. Massig. Also er ist relativ schwer, er hat viel Masse. Das heißt, die Hitze hält sich sehr, sehr gut, wie ich finde. Habe den jetzt ein paar Mal bei dir geraucht und funktioniert auch super gut mit Dark Blend. Also ich habe da beide Male auch Place drin geraucht. ist für mich wirklich ein sehr, sehr leiser Kopf. Ja. Muss man noch dazu sagen, die Idee hinter dem Place Tornado ist die, dass wir ja in Zukunft das 25-Gramm-Gesetz in Deutschland bekommen werden. Heißt, Tabak darf nur noch in 25-Gramm-Päckchen verkauft werden. Und dann wäre das natürlich sehr, sehr schön, wenn man aus einem Päckchen zwei Köpfchen rauskriegen würde. Ja. Und deswegen hat der Blaze drauf gesetzt, dass man ihn mit 11-12 Gramm Tabak schon rauchen kann. Und ich finde, das kann man. Ich finde, er läuft aber tatsächlich mit so 14 Gramm am geilsten. Das ist jetzt natürlich kein Beinbruch, das ist trotzdem ein super geiler, sparsamer Kopf. Und dann kann man halt nicht mit einem Päckchen zwei Köpfe rauchen, sondern irgendwie, weiß ich nicht, mit drei Päckchen fünf rauchen oder so. Ist ja auch okay. Aber das funktioniert wirklich hervorragend. Ich hatte am Anfang wirklich krasse Angst, dass da nach einer halben Stunde nichts mehr kommt oder so. Aber der läuft wirklich für eine Stunde extrem smooth. Und man kann halt sagen, dass er einen sehr, sehr hohen Effizienz... Effizienzlevel. Ja, ich dachte, mir fällt noch ein schlaues Wort ein, aber natürlich nicht. Man kennt ihn. Nee, also die Effizienz von dem Kopf ist halt super geil, weil von dem Tabak, den du reinpackst, verbrauchst du halt wirklich einen riesigen Teil im Vergleich zu tieferen Köpfen, wie zum Beispiel bei mir, gerade den Oblaco. Da kennt man das, man raucht einen Kopf, man macht den Kopf sauber und man sieht, unten ist noch eine Schicht, die hat eigentlich noch gar nicht so viel Hitze abbekommen und da wäre auf jeden Fall noch was gegangen. Könnte man natürlich Kohle nachlegen, aber beim Tornado muss man das nicht. Der funktioniert so, mit einem Satz Kohle für eine Stunde hervorragend und du benutzt wirklich einen Großteil von denen, ich sage mal, 11 bis 14 Gramm, je nachdem, wie man den baut. Und das ist wirklich geil und das war eine super Idee und der kam in einem limitierten Collarway raus, soll aber jetzt auch nochmal in anderen Collarways dann wirklich komplett auf den Markt kommen und ich glaube, das könnte was sehr Geiles sein für die 25 Gramm Regelung. Wenn ich mir auf jeden Fall den einen oder anderen noch zulegen. Also ist wirklich, der kommt fast, also mein momentaner Lieblingsmeerloch, ich rauche ja im Vergleich zu dir relativ viel Meerloch, würde ich sagen. Deutlich mehr. Du hast ja auch wieder so ein bisschen dich herangetastet an den Meerlochköpfen. Ja, ab und zu lief mal ein Köpfchen, aber ich muss wirklich für mich sagen, für mich geht halt nichts über Funnel. Ja und ich bin mittlerweile wieder da, wo ich sage, hin und wieder habe ich wirklich Lust auf Meerlochkopf, also auch wirklich gezielt und da ist mein Favorit auf jeden Fall der Wurstgrimmste Mumia, weil auch relativ wenig Verbrauch, super gute Hitzeleitung, speichert die Hitze extrem gut und der Tabak, der ist danach auch durch. Ja. Und da kommt der Place Tornado für mich sehr, sehr gut dran. Und das bei einem deutlich geringeren Tabakverbrauch. Ja, genau. Also finde ich sehr, sehr cooles Ding. Definitiv. Aber bei dir ist auch noch was passiert. Ah nein, Alex, du musst auch die Überleitung lernen. Weißt du, der Place Tornado ist ein sehr, sehr cooles Ding. Jetzt kommt deine Überleitung. Aber du hast dir auch ein sehr, sehr cooles Ding besorgt. Mann, Alex, die hat sich doch selbst geschaffen, diese Überleitung. Also das ist doch, als ob du einen Elfmeter ohne Torwart nicht verwandeln würdest. Ja komm, jetzt red du über dein cooles Ding. Gut, also der Place Tornado ist doch auch, also der Place Tornado ist wirklich ein cooles Ding. Alex? Aber du hast dir auch ein sehr, sehr cooles Ding besorgt. Das stimmt, Alex. Ich habe mir auch ein sehr, sehr cooles Ding, übrigens gute Überleitung, haben mir auch ein cooles Ding besorgt. Ich weiß gar nicht warum. Also ich war früher beim Studium sehr, sehr verliebt in das Thema Virtual Reality. Ich weiß nicht, ich fand das immer geil, da kam so richtig der Nerd aus mir raus und ich fand das mega nice. Ich habe mir tatsächlich Freunde bei einer Grillfeier sitzen lassen, weil mich ein anderer Kumpel angerufen hat, ey, meine Mitbewohnerin hat das Development Kit von Oculus da liegen. Wenn du jetzt kommst, kannst du es probieren. Ich habe alles stehen und liegen lassen, mein Steak auf dem Grill liegen lassen, bin da hingefallen, habe das Ding probiert. Und dann habe ich aber für eine echt lange Zeit, nee, ich war nochmal auf der Gamescom beim HTC Vive Stand. Ja. Da habe ich zum ersten Mal dann richtig ein Consumer Product getestet und habe aber seitdem irgendwie dieses Thema VR relativ vergessen. Ich weiß nicht, ob YouTube auf die Idee kam, mir da ein Video zuvor zu schlagen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie diese Idee zurück in meinen Kopf kam. Auf jeden Fall war das halt so Anfang des Jahres, wo ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit hatte und so und dachte mir, so eine VR-Brülle, das wäre doch was. Ja. Und habe mir die Oculus Quest, Entschuldigung, Meta, Facebook gibt es ja, also Facebook ist jetzt nur noch wirklich das Social Media Netzwerk und die Firma hat sich unbedingt an den Meta und Facebook hatte Oculus gekauft, aber Facebook heißt jetzt Meta, also gehört Meta jetzt auch Oculus und Meta hat gesagt, das ist jetzt nicht mehr die Oculus Quest oder das ist jetzt die Meta Quest. Okay, so war das. Also habe ich jetzt die Meta Quest 2 zu Hause, eine VR-Brille, die ein All-in-One-System ist, heißt, du kannst die ohne Computer benutzen, die hat einen eigenen kleinen Prozessor, Grafikkarte, bla bla bla, alles an Bord, also in einem Paket fertig und dann kannst du daheim einfach ein bisschen Beat Saber spielen, muss man sich so vorstellen, man zieht sich so eine Brille auf, die hat zwei Displays mit Linsen davor und dadurch sieht es so aus, als würde man nicht nur auf einen Bildschirm gucken, sondern als wäre man halt wirklich in einer dreidimensionalen Welt. Das kann man einfach nicht über einen Podcast oder über ein Video rüberbringen, das muss man gesehen haben, um zu verstehen, wie das ist. Dann hat man noch zwei Controller in der Hand, die aber größtenteils gar nicht dafür da sind, dass man auf Knöpfen rumdrücken kann, sondern die werden getrackt von dem Headset und damit wird die Bewegung deiner Hände im Spiel dargestellt und dann kannst du zum Beispiel Beat Saber spielen, was sowas ist, wie zum Beispiel Guitar Hero, also so ein Rhythmus-Game kann man sagen und dann fliegen Blöcke auf dich zu und du hast zwei Lichtschwerter in der Hand und mit diesen Lichtschwertern musst du dann die Blöcke passend zerschneiden und das klingt erstmal sehr, sehr basic, aber wenn du wirklich in diesem Tunnel stehst und diese Blöcke auf dich zufliegen oder ich habe auch ein Game, das heißt Pavlov, das ist ein FPS, also sowas wie CS, COD und Co. Hast du das mittlerweile mal gespielt? Ja, ja, habe ich gespielt. Ich habe nachts um zwei bin ich auf die Idee gekommen, Pavlov den Zombie-Modus zu testen. Dann ist so ein lebensechter Zombie auf mich zugerannt. In dem Moment habe ich das Headset ausgemacht und bin schlafen gegangen. Da war es vorbei. Seitdem habe ich noch viel gespielt, ist auch sehr, sehr geil, aber im ersten Moment, wenn so ein Zombie auf dich zurennt und du stehst da hoffnungslos irgendwo in der Gegend rum, war das wild. Aber wie war denn deine erste Experience? Weil du bist rumgekommen und ich habe gesagt, hier, probier mal. Genau und das muss ich jetzt auch nochmal wirklich im Podcast dazu sagen, es ist wirklich, es hört sich vielleicht ein bisschen langweilig im Format wie ein Podcast an und es wird vielleicht auch langweilig oder nicht so interessant in YouTube-Videos dargestellt. Aber sobald du diese Brille auf hast und allein schon in diesem Raum stehst und dann Und in allen möglichen Räumen stehst. Ich meine, the sky is the limit oder nicht mal the sky, the universe is the limit. Was du dir ausdenken kannst, kannst du da bauen. Du hast mir ja sogar erzählt, du kannst theoretisch sogar mit einer Funktion dein Wohnzimmer nachbauen, wenn du möchtest und dann die VR-Brille auch sind, sitzt dann wirklich in deinem Wohnzimmer rum. Ja. Du kannst mittlerweile auch Tische und Tastaturen reinbinden und die Tastatur, es geht zum Beispiel mit dem Apple-Keyboard, dann kannst du die Tastatur, dieses Headset hat Kameras und diese Kameras kannst du benutzen, um den Pass-Through-Mode zu aktivieren, sodass du deine Umgebung wieder siehst und weißt, wo du bist, obwohl du so ein Ding auf hast. Und dann kannst du deinen Tisch mit deinem Controller in VR einbauen, die Tastatur einbauen, hast dieses Headset, die Brille an, bist eigentlich in einem virtuellen Raum, hast aber trotzdem einen Tisch vor dir mit einer Tastatur drauf, was du benutzen kannst. Ja. Also, und das ist so geisteskrank, also ich muss sagen, ich hab das davor einmal, wenn überhaupt, eine VR-Brille aufgehabt, weil ich bei dir war und das aufgesetzt habe, das ist wirklich eine komplett andere Welt. Und ich hab dann auch die erste Runde Beat selber gespielt und ich fand die Game-Idee an sich schon ganz cool, weil einfach zu Songs, die du cool findest, gibt's ja ein paar vorgefertigte und ein paar Sets, die du noch extra kaufen kannst. Du hast, glaube ich, Green Day hast du noch dazu gekauft. Oh, ich hab mittlerweile einige. Ja? Ja, ich hab Skrillex, ich hab das Mixtape, ich hab Lady Gaga, ich hab Billie Eilish, ich hab Linkin Park und ich hab sogar das Rocket League Music Pack gekauft. Ja, auch ganz wild. Und da die erste Runde Beat selber zu spielen, es hört sich wirklich komisch an, aber es hat so viel Spaß gemacht, einfach so da zu stehen und im Rhythmus diese Blöcke zu zerschlagen. Und Marv hat sich schon einige Spiele dafür gekauft oder geholt. Ich weiß nicht, ob alle gekostet haben. Auf jeden Fall gab's noch ein Spiel, in Anführungszeichen, was eher eine Simulation ist von einer Achterbahn. Das heißt, du kannst den aussuchen, auf was für einer Achterbahnstrecke du fahren möchtest. Ich glaub, Schwierigkeitsgrade gibt's da sogar auch. Und muss eigentlich nur stehen und wirst dann da durchgeleitet. Also eigentlich kann man auch sitzen, wie man halt in der Achterbahn sitzt. Aber für mich ist es halt witziger, wenn ich Freunde stehen lasse und denen zugucke, wie die fast umfallen. Genau, das ist nämlich das Ding. Du stehst dann da und fährst halt, dein Gehirn sagt, du fährst gerade im Kopf in der Achterbahn. Und wenn du halt krasse Kurven oder Looping fährst, du wippst halt mit. Das Problem ist, deine Augen und dein Gleichgewichtssinn arbeiten halt, wenn die zusammenlaufen, wie hierhin immer zusammen. Und die Diske pannst dazwischen, dass dir deine Augen sagen, holy shit, da kommt ein Looping. Und deine Ohren, die sagen, nee, eigentlich ist alles okay, wir stehen hier ganz gerade auf dem Boden. Das macht einen halt komplett behindert irgendwann. Es war so ein komisches Gefühl, da das, also es hat super viel Spaß gemacht, aber es war so wirt in manchen Situationen, wenn wirklich ein Looping kam oder sowas und dein Körper sich irgendwie drauf eingestellt hat, dass jetzt was passiert. Aber es passiert im echten Leben ja nichts. Und du dann wirklich teilweise da rumhumpelst und fast umfällst. Also ich habe das mal einer Freundin gezeigt, die muss ich wirklich festhalten, ansonsten wäre die in mein Fernsehboard gefallen. Ach krass. Bei der war es richtig krass. Ist die eine ähnliche Strecke wie ich gefahren? Die selbe. Die selbe? Ja. Okay. Weil ich bin ja noch eine relativ einfache Strecke, glaube ich, gefahren. Also einfach jetzt nicht im Sinne von man muss was machen, aber es gibt natürlich Achterbahnstrecken, die eher unspektakulär sind und welche, die halt schon ziemlich reinhauen. Ich habe es aber auch schon Leuten gezeigt, die dann einfach stehen geblieben sind und danach so, ja, war schon funny. Aber mehr halt nicht. Also da reagieren die Leute wirklich geisteskrank unterschiedlich. Also die Experience an sich ist halt super cool und allgemein das Thema VR, da hast du mich auch echt gecatcht. Also ich bin auch die ganze Zeit... Und wann kommt die Oculus? Ich weiß es noch nicht. Dann können wir schon Beat Saber gegeneinander spielen. Also ich spiele regelmäßig mit dem, mit dem Gary, mit dem Basti, mit dem Joey und Kinga und Simon haben sich ja auch eine geholt. Da haben wir es leider zeitlich noch nicht geschafft, zusammen zu zocken. Swizzy hat auch eine übrigens. Stimmt, das war dann auch... Swizzy haben wir schon Minigolf gezockt. Und ja, mit Basti und Joey in Beat Saber rumballern oder in Gary ein bisschen in Tischtennis abziehen. Und Tischtennis ist auch so ein Ding. Du stehst... Es gibt so viele Dimensionen, die einfach komplett neu sind, wenn du in VR spielst. Man muss sich vorstellen, beim Tischtennis siehst du dein Gegenüber vom Kopf her und seine Hände. Er hat keinen Körper, nur einen Kopf und Hände siehst du. Aber in dem Moment, wo du mit deinem Freund in einem Raum stehst vor der Tischtennisplatte, steht er dir halt gegenüber und du kannst wirklich einfach mit deiner Hand winken und er sieht das und winkt zurück. Also komplett nonverbale Kommunikation ist auf einmal möglich. Oder wenn jemand daneben haut, siehst du, wie er so im Kopf so ein Ach-Bewegung macht. Gibt es eigentlich bei mir auch sowas wie so wie Xbox Party früher, dass so ein Voice Chat zusammengehen kann? Ja, es gibt alles auch genau Party. Ah, okay. Und weißt du, was auch funny ist? Es gibt auch sowas wie Second Life. Kennst du das noch damals? Nee. Also Second Life war praktisch wie so eine Art MMO, die aber ein Online-Leben nachgebaut hat. Okay. Sowas wie Facebook jetzt mit dem Metaverse dann wirklich machen will. Sowas gibt es aber schon. Das nennt sich VR Chat und da kannst du in verschiedene Räume gehen, du kannst verschiedene Sachen mit Leuten machen und du kannst einfach in diesen virtuellen Welten rumhängen und dich mit Leuten unterhalten, die eigentlich aber tausende Kilometer weit weg sind. Ja, es ist krank, was es für neue Dimensionen schafft. Ja. Also es ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen wie, ah ja, ich bin von der Playstation 4 auf die Playstation 5 oder ich bin mal von der Playsy auf den PC gewechselt. Wenn du von einer Playsy einem PC, was auch immer, wenn du dann mal eine Oculus benutzt, das schafft keine neuen Dimensionen, was Grafik angeht und so. Aber allein, wie du dieses Ding benutzt, ist so grundlegend anders. Das ist Wahnsinn. Also ich finde, das ist so ein geisteskranker Sprung in der Gaming-Richtung. Das kannst du auch, finde ich, gar nicht mit PC und so weiter vergleichen. Ja, geht nicht. Das ist wirklich was Neues. Nee, aber ich bin auch, also ich würde mir gerne eine holen. Bei mir gibt es zwei Sachen. Einmal stehen noch einige andere Investitionen an, die ich vorziehe. Wie zum Beispiel, ich habe vorhin drüber geredet, dass ich mir eine neue Kamera holen will. Ja. Und zum anderen. Was ja dann auch berufsrelevant ist. So ein Oculus wäre halt nur so ein Funding. Eben. Und dazu kommt noch, dass bei mir mein Zimmer, du warst ja einmal schon drin, es bietet sich nicht so sehr an für eine Oculus. Ja, das stimmt. Also es ist sehr... Aber im Wohnzimmer? Das wäre halt die Sache. Aber es wäre natürlich entspannter, das im Zimmer dann zu spielen. Ja, klar. Und da ist halt... Es gibt aber auch einige Games, die du im Sitzen zocken kannst. Und zum Beispiel Minigolf oder so, wäre jetzt auch kein großes Problem. Wenn du bei Beats selber immer richtig mit Schmackes in so einen Block reinballern willst und dann steht dein Schrank im Weg. Also ich habe auch schon, es gibt zum Beispiel auch ein Kletterspiel, ich haue regelmäßig in meine Decke. Ja, no joke. Also dass die Decke noch ganz ist, ist ein Wunder. Ich habe wirklich schon einmal voll ausgeholt und voll in die Decke reingeballert, weil ich vergessen habe, dass die da ist. Ja. Ne, also wenn ich überlege zum Beispiel, wir haben ja auch dieses, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt, wo du so ein Zeitlupe mäßig bist gegen die... Superhot. Superhot? Ja, das sind komplett weiß und die Figuren sind rot. Und da war es ja schon teilweise so, dass ich mich da zur Seite geneigt habe und dann fast in deinem Schrank drin hing. Ja. Und da denke ich mir halt so, in meinem Zimmer mache ich einmal so und dann ist halt... Ja. Kopf angestoßen. Regel Nummer eins, falls ihr euch eine VR-Brenne holt, übrigens, falls ihr euch eine holt oder falls ihr eine habt, sagt mir ja gerne auf Insta mal Bescheid, wie ihr heißt, dann können wir mal zusammen wie selber zocken. Regel Nummer eins, keine Pfeife in der Nähe stehen haben. Das war... Das ist sehr gefährlich. Das war ja auch schon, wo wir bei dir gespielt haben, war das auch schon so ein bisschen so, wie weit sind die Pfeifen noch weg? Ja, ja, immer. Alex, stopp, stopp, stopp. Aber gut, das ist ja hier nicht der VR-Cast, das ist ja hier der Shisha-Cast. Aber VR, supergeiles Thema, begeistert mich absolut. Ich bin tief drin, ich spiele regelmäßig Beats, selber und mega geil. Bin absolut hyped. Absolut hyped. So, aber... So, jetzt möchte ich noch was anderes vorziehen. Ja. Und zwar, wir hatten ja gerade schon über ein HMD geredet. Ja. Ich würde jetzt ganz gerne noch zwei andere besprechen. Okay, let's go. Und zwar... Okay, let's go. Einmal mein momentaner Favorit, der AO912-HMD. Und einmal dein momentaner Favorit, der Onmo-HMD. Darf ich kurz eine Geschichte erzählen? Du darfst gerne eine Geschichte erzählen. Also, es war einmal in einem Land vor unserer Zeit, in dem Marvin gerade auf Ilshal-HMDs umgestiegen ist und den AO912 auch sehr in sein Herz geschlossen hat. Also, ich habe tatsächlich die ganze Zeit mit Karl Laut geraucht. Ich war ja fast einer so der letzten Blogger. Ich glaube, nur David und ich haben wirklich noch super oft Karl Laut geraucht. Ansonsten waren die meisten schon auf Nagrani. Aber David und ich mögen halt, also David aka Dillett, mögen halt ALU-HMDs sehr gerne, weil die Peak-Hitze nicht so krass ist und wir halt eher so ein Medium-Heat, so ein Normal-Heat-Setter brauchen. Ja, da haben wir auch letztes Mal ein bisschen drüber philosophiert, als wir bei dir waren, so was eigentlich Unterschiede sind von wegen Peak-Performance, anderer Geschmack etc. Ja, ihr sagt immer Performance, aber das mit Performance geht mir ehrlich gesagt auf den Sack. Ich weiß, was ihr meint, aber ich finde den Ausdruck nicht passend. Verstehe ich. Die Peak-Heat. Ja, da hatten wir ja letztes Mal die Thematik drüber, was ist eigentlich der Unterschied und wie verhält sich das beim Rauchen etc. Aber du warst wirklich noch einer, der regelmäßig oder eigentlich nur mit Aluham das geraucht hat. Genau, aber dann habe ich einen AO912 bekommen und ich fand den vom Durchzug nochmal deutlich geiler als den Nagrani und ich weiß nicht, ob es die Platte ist oder wie die Kohle drin liegt oder wie die Hitze weitergegeben wird, aber ich finde, was mich an Edelstahl-HMDs am meisten nervt, ist halt diese extrem schnell ansteigende Hitze und auch diese extrem schnell fallende Hitze und ich finde, das hast du beim AO912 eben nicht so krass. Ich weiß nicht, ob die Platte einfach dicker ist, aber ich habe das Gefühl, die Hitze ist nicht so überdirekt wie beim Nagrani und das hat mir eben saugut am AO gefallen und deswegen habe ich, glaube ich, eine Woche fast nur AO geraucht. Das muss ich mich auch sagen und zwar, ich bin ja eigentlich voll der Nagrani-Liebhaber, aber seitdem ich einen AO912 habe, rauche ich eigentlich nur noch den. Auch gleiche Punkte wie bei dir. Er ist zwar nicht so schnell da, aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein verkraftbarer Punkt. Ich finde das generell nicht störend. Ob ich einen Kalaut rauche, einen Onmo, einen AO, einen Nagrani, ist mir eigentlich egal. Du legst die Kohle rein, du holst dir noch was zum Trinken, du machst dir eine Serie an, nimmst den ersten Zug und das Ding ist da. Also die zwei, drei Minuten, sorry, wer da rumheult, der hat eh nicht verstanden, dass Pfeife was Gemütliches sein soll. Genau, deswegen finde ich das auch voll okay und dafür ist die reine Hitzeabgabe vom AO ein bisschen mehr medio. Also es ist nicht so krass wie beim Nagrani, wie du es schon gerade gesagt hast. Also wenn man es einfach versuchen würde, in Zahlen auszudrücken, sagen wir, der Nagrani gibt Peak Heat so 300 Grad ab. Einfach nur eine Zahl genannt. Dann ist der AO so bei 260 und der Onmo und der Kalaut sind so bei 230 oder so. Ja, genau. Also würde ich auch voll mitgehen. Und da muss ich sagen, wir hätten einfach Prozent nehmen sollen. Nagrani bis 100, der AO bis, weiß ich nicht, 95 oder so und der Kalaut ist so bei 85 und der Onmo. Und da muss ich sagen, benutze ich den momentan auch echt am liebsten. Auch was ich gemerkt habe, wo ich ein bisschen skeptisch war, war eigentlich der Durchzug, der Durchzug sollte besser werden durch die breiteren Schlitze, die er hat. Habe ich am Anfang sogar, da weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt. Ich habe es beim ersten Zug gemerkt. Nee, ich zum Beispiel nicht, aber ich habe dann, ich habe einen Stone zu Hause, einen Magnum, wo der AMD fast auf dem Loch liegt. Das heißt, es ist schon sehr, sehr schwierig, mit dem gescheiten Durchzug zu haben. Und da habe ich einen extremen Unterschied gemerkt vom AO zum Nagrani zum Beispiel, weil da hast du wirklich um einiges einen besseren Durchzug. Und da muss ich sagen, ist das auch vom Preis her, liegt der wie bei allen Edelstahl-AMDs so bei 35 Euro. Mit dem Code auch hier, wieder Werbung an der Stelle, Code Directly 912, kriegst du 5 Euro Rabatt, also für 30 Euro. Gibt es tatsächlich auch SEG 912. Ach, gibt es auch, das wusste ich nämlich gerade nicht. Ja, ja, ich habe ja sonst eigentlich nicht viel mit Shisha Wolf am Hut, mit Kooperationen, ich mag die Jungs, aber weiß nicht, ist es noch nicht zugekommen, aber beim AO tatsächlich auch. Ah, sehr cool. Also entweder sprecht euch wieder. Genau, jeder Zweite, guckt auf die Viewerzahl und jeder, der gerade ist, nimmt den Code Directly und jeder, der ungerade ist, nimmt den Code SEG. Also Directly 912, SWG 912. Genau, und da finde ich, für 30 Euro ist das momentan auf jeden Fall mein Favorit. Bei mir auch? Bei Edelstahl. Genau, dann kam für dich, weil Alu-Liebhaber, kam da letztens ein neuer HMD raus. Finally. Ja. Finally. Die Zeiten von Kalaut sehen nicht mehr so rosig aus, wie das noch vor einiger Zeit war, weil, wenn man Alu-HMDs mochte, hatte man meiner Meinung nach keine Alternative. Es gab ein paar HMDs aus Alu, die eine Alternative sein wollten. Es gab, glaube ich, einen von The Hooker, es gab auf jeden Fall einen von Kaya, es gab den AO, den ersten, also nicht den 912, der aus Edelstahl ist, sondern einen aus Alu. Das war aber mit Abstand einer der schlechtesten HMDs. Also so gerne, wie ich den 912 rauche, so schlecht fand ich den anderen. Bin ich auch voll bei dir. Ja, also das war wirklich ein Schuss in den Ofen. Gut, dass sich AO da gefallen hat. Zeppelin gab es auch noch. Ja, den Zeppelin gab es auch, aber ganz ehrlich, der Zeppelin... Ja, wenn wir gerade schon Alu-HMDs aufzählen, dann... Ja, man kann ihn wohl mit aufzählen, aber Schmutz. Ja. Also, sorry, kann man nicht anders sagen, der Zeppelin ist für mich einer der schlechtesten AMDs, die es gibt. Schön, mit einer coolen Idee, aber nee. Das ist so ein Insta-Ding. Den kannst du mal für ein Bild benutzen und dann wechselst du, wenn du weiter raus einfach in den Kopf und hab dich. Und ja, sowas mach ich halt nicht. Genau, und deswegen gab es keine richtige Alternative zum Callout und eigentlich hätte ich ja mit Callout kein großes Problem, abgesehen von einem Punkt, der Preis. Ja. So, der Callout kostet halt original 55 Euro, oder was heißt original, also als er rausgekommen ist, UVP, 55 Euro. Normaler. Das ist halt für ein Stück Alu, was in der Produktion wahrscheinlich ein Fünfer kostet, wirklich lächerlich. Früher war er, glaube ich, noch Made in USA, mittlerweile auch alles Made in China. Steht sogar auf der Box, also muss natürlich draufstehen, Made in China. Und da muss ich wirklich sagen, also für ein Stück Alu Made in China irgendwie 55 Euro haben zu wollen, ist wirklich lächerlich. Wenn man mal viel Glück hatte, hat man ihn für knapp unter 30 Euro bekommen. Ich glaube, das günstigste, was ich jemals gesehen habe, war 38. Das ist aber die Ausnahme. Meistens bezahlst du so 45, 40 mit einem sehr guten Angebot. Ja, also alles zwischen 40 und 60 Euro ist eigentlich möglich. Ja, genau. Und das war halt das einzige Problem, das ich mit dem Callout hatte. Performance-Technik, Optisch und Co. fand ich den sehr, sehr nice. Und dann kam ein Paket bei mir an von der Firma Onmo GmbH. Und holy shit war ich hyped. Ein weiterer Alu-HMD, der unten keine Noppen hat, sondern Balken. Meine Community hat das jetzt übrigens umgetauft. Hast du das mitgekriegt? Oh, ich habe es nur in der letzten Story gesehen und dachte schon, was hast du wieder rausgehauen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das war jemand im Chat. Nein, das war nicht meine Idee. Und da hat jemand im Chat geschrieben, Würstchenkontakt. Stimmt, Gerg. Und seitdem ist das jetzt ein Ding. Also der Onmo hat unten so ein paar Balken und ich hätte das ja Balkenkontakt genannt. Meine Community hat leider entschieden, dass dieses Setup seit heute oder seitdem Würstchenkontakt heißt. No sexual an der Stelle. Ja, und er hat unten wie gesagt diese Balken, die halt doch in den Tabak hängen. Kalaut hatte da ja immer ein Patent drauf beziehungsweise hat auch ein Patent drauf, aber auf Noppen, nicht auf Balken und nicht auf die Funktionsweise, dass da eben was in den Tabak hängt, sondern wirklich auf diese Noppen, die die Hitze an den Tabak weitergeben. Und deswegen hat es jetzt endlich mal jemand geschafft, legal nicht gegen die Patente von Kalaut verstoßend einen sehr geilen Alu-HMD auf den Markt zu bringen, der eben nicht 60 Euro kostet, sondern 25 Euro. Und das ist eine Ansage. Ein Traum. Ich habe zwei bekommen, wir haben die im Stream ausprobiert und ich habe seitdem einen Kopf noch mit dem Kalaut geraucht und auch nur, weil einmal alle meine Onmos dreckig waren. Und ich habe nach diesem Stream Onmo geschrieben, so kann ich davon mehr haben, ich will nur noch das Ding benutzen. Endlich gibt es was, wo man nicht mehr irgendeinem armen Anfänger, der gerade sagt, ich habe 100 Euro, ich will mir ein Pfeifenset kaufen und dann musst du ihm sagen, ja, aber eigentlich empfehle ich den Kalaut. Was kostet der? Ja, 60 Euro. Oh je. Für eine Smokebox. Ja, für eine Alu-Smokebox aus China. Legst 20 Euro drauf, hast du einen MVP 360. Und man muss ja noch dazu sagen, bei Onmo gibt es ja auch noch den Code SWG-HMD, wo du dann auch noch die Reinigungsbürste dazu bekommst, die du eh brauchst, wenn du einen HMD benutzt und die kostet normal bei Onmo 5,90 Euro. Kriegst du auch im Baumarkt für 2, 3 Euro, das ist jetzt nicht so viel. Aber hey, 2, 3 Euro werden immer noch wie 10% rabatt. Deswegen. Und Onmo-HMD, also ich habe wirklich seitdem, wie gesagt, nur einen Kopf mit dem Kalaut geraucht und sonst die ganze Zeit den Onmo durch. Wir rauchen die auch jetzt gerade beide. Ich finde, der HMD ist performanstechnisch so wie der Kalaut. Also ich finde, die GMO nehmen sich nicht so viel. Ich finde den sogar ein bisschen besser. Der Durchzug ist ein bisschen, aber wegen anderen Gründen bei mir. Also ich finde, die Performance von dem, Hitze kommt an Tabak, Tabak verdampft, ist bei beiden saugut. Mag ich saugerne. Ist nicht so übertrieben heiß wie jetzt die meisten Edelstahl-HMDs, was ich persönlich halt nicht so mag. Alex zum Beispiel liebt es. Das ist dann halt wieder eine Geschmackssache. Also ob sich jemand einen Alu-HMD oder einen Edelstahl-HMD holen sollte, das ist halt eher so ein Geschmacksding. Aber bei Onmo vs. Kalaut gibt es für mich keine Diskussion. Also der Onmo kann alles, was der Kalaut kann und noch mehr. Dadurch, dass die Balken anders angeordnet sind, ist der Durchzug ein bisschen geiler und er ist einfacher zu reinigen, weil der Onmo aus einem Stück, ich denke mal, gegossen ist. Ich glaube nicht, dass man das drehen kann. Der hat eben nicht diese drei Balken für die Schrauben. Und die Schrauben können dadurch, dass keine da sind, natürlich auch nicht rosten oder sowas. Plus du hast nicht diese Balken, die beim Saubermachen nerven und so weiter. Also er ist für mich etwas einfacher zu reinigen, er ist einfacher abzutrocknen, der Durchzug ist etwas besser und die Performance von der Hitze ist für mich mindestens genauso gut wie beim Kalaut. Und das alles für einen Preis, der unter der Hälfte vom Kalaut liegt. Wahnsinn. Und das finde ich wirklich top. Und da möchte ich auch wieder zu dem einen Punkt von dir gerade zurückspringen und zwar, es darf jetzt wieder eine Geschmackssache sein, weil vorher war es halt wirklich so, was ich mitbekommen habe in meiner Community, viele haben sich halt einen Edelstahl-HMD gekauft, weil die halt das Geld für den Kalaut nicht ausgeben wollten. Und jetzt kannst du wieder wirklich sagen, entweder du willst einen Alu-HMD, dann holst du einen Onmo oder du holst einen Edelstahl-HMD und du bist preislich wirklich in einer sehr, sehr dichten Range, was das angeht. Und auch ich muss sagen, da für dich eigentlich nur Edelstahl-HMDs rauche, finde ich den Onmo wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe den jetzt schon das ein, zwei Mal getestet. Das erste Mal sogar bei Marvin, wo ich eher ein bisschen skeptisch war, weil, wie gesagt, eigentlich wirklich ausschließlich Edelstahl-HMDs benutzt seit knapp einem halben Jahr, Jahr vielleicht schon. Und als ich ihn bei Marvin geraucht habe, war ich echt begeistert, dass wirklich so eine Performance von einem legalen Produkt rüberkommen kann. Und das finde ich wirklich top. Definitiv. Ja. So ist das. Also Onmo auch auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg. Sehr geile Neuerungen in der Shisha-Szene. Sind wir happy, dass er da ist. Yes. Ein Problem gibt es aber mit dem Onmo. Vielleicht haben da ein paar Leute zu viel gesagt, dass das Ding doch ganz schön nice ist. Ja. Und dementsprechend viele wollten die Leute da auch kaufen. Aber so viel gab es nicht. Ja. Ich habe gehört, dass der Restock wohl nicht ewig lange auf sich warten lassen soll. Aber er war halt in vielen Shops sehr, sehr schnell ausverkauft. Ich glaube, bei Onmo selber hat es zwei Minuten gedauert. Bei Ono hat es sechs Minuten gedauert. Bei Mose hat es auch nicht lange gedauert. Barco hatte ein paar, die waren schon ausverkauft, bevor ich eine Story machen konnte. Also der Onmo ist richtig eingeschlagen auf dem Shisha-Markt, das kann man sagen. Und ja, jetzt beginnt halt das Warten, bis wieder was da ist. Aber das kennen wir schon aus der Shisha-Szene, dass das ein oder andere Produkt da ein bisschen braucht, bis es immer lieferbar ist. Haben wir eigentlich schon gesagt, von wem Onmo ist? Nee, haben wir noch nicht gesagt. Und zwar das einmal von Onmo, ein Name aus Onur von Huckerwerk und einmal Moritz von Mose. M-O. Und zusammen ist das Onmo. Sehr gut kombiniert. Slow. So ist das. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler HMD. AO 912, mein Favorit und sind glaube ich beide sehr, sehr happy damit. Ja, definitiv. Also ich bin jetzt absolut glücklich mit der HMD-Situation. Ja, auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu einem neuen Tabak, der demnächst irgendwann nach Deutschland kommen wird, hoffentlich. Ja, und zwar unserem letzten Thema für den heutigen Shisha-Cast. Und zwar Spectrum hat sich angekündigt. Ja. Hype. Ich bin super hyped. Also, ich muss sagen, ich hoffe, dass noch so die ein oder andere Sorte Bitte gib mir Caribbean Rum. Genau. Und Crabesoda hätte ich gerne noch. Ja. Aber die beiden müssen, also bisher angekündigt ist Brot. Da bin ich auch. Cool, Bruder. Brot rauchen. Ich bin da wirklich mal gespannt, wie er schmeckt. Weißt du, was mir gerade in den Kopf kommt? Kennst du dieses Meme, wo so, Mama, können wir zu McDonald's? Nein, wir haben McDonald's zu Hause. Das McDonald's, das wir zu Hause haben und dann irgendein Schmutzburger oder so. Na gut, McDonald's, egal. Mama, können wir Shisha rauchen gehen? Nein, wir haben Shisha zu Hause. Den Shisha-Tabak, den wir zu Hause haben, Brot. Dankeschön. Ich bin trotzdem ein bisschen, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er schmeckt. Ansonsten wurden auch Yellow Drops angekündigt. Ich weiß nicht, wie die Frucht heißt. Das ist dieses, wo die Blätter drumherum sind, diese gelben Früchte, die kleinen. Physalis oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube Physalis, das ist, was auch manchmal an Cocktails dran hängt. Ja, genau. Ich glaube Physalis heißt das. Das ist Yellow Drops und dann kommt noch Barbie. Das ist, glaube ich, so ein Candy roter Bären-Tabak. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil Spectrum an sich oder beziehungsweise allgemein russische Tabak-Brand an sich auf dem deutschen Markt fehlt meiner Meinung nach auf jeden Fall noch. Und da bin ich... Ich habe ein Bild rausgesucht. Ist doch so, oder? Ist doch, ja. Physalis. Heißt auf Englisch Groundberry. Okay. Wild. The more you know. Entschuldigung, bitte continue. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was noch angekündigt wird. Wie gesagt, es werden noch einige Flavor kommen. Es wird jetzt nicht nur bei den drei Stück bleiben. Ich war eh verwirrt bei den Flavern, weil ich habe bei denen auf dem Insta-Profil nachgeguckt und da stand viel mehr und jetzt hast du uns nur die Flavor aufgeschrieben. Also ich war nämlich schon super hyped und habe mir das Insta-Profil durchgeguckt und da stand auch, dass in einer gewissen Line zum Beispiel auch der Caribbean Rum kommen soll. Okay, dann guck doch mal nach. Weil ich, mein... Ja, ich ja schon. Und was steht da? Das sind mehrere Lines mit mehreren Flavern. Ja, was stand denn da noch? Ja, da war einiges. Weil das waren die drei, die ich auf dem Schirm hatte gerade. Die... Ich habe mich halt auch gefragt, wo du die, äh... Wo du die her hast. Wie war denn nochmal der Spectrum-Deutsche-Account? SP-C-T-R.jumni, glaube ich. S-P-C-T-R. Das müsste man schreiben können. Und guck, die hatten hier nämlich diese Posts, wo du... Hä? Hä? Jetzt sind wirklich nur noch die da. Ja, die hatten so ein Karussell, wo du dich... Die hatten praktisch so einen Posts mit mehreren Bildern, wo du dich so durchswipen konntest. Und da standen viel mehr Sorten, als die paar, die jetzt hier stehen. Also bei denen steht tatsächlich gerade nur noch Yellow Drops, Barbie und Brat. Die haben das eh bei Brot vergesst. Ernsthaft? Nee, also darfst du vielleicht wieder nicht. So wegen Früchte. Jeder weiß, Brot ist eine Frucht. Wegen Nahrungsmittel. Ja. Auf jeden Fall heißt Brot Flavor Brat. Nee, aber auf jeden Fall, ich denke mal... Oder Brad. Also so wie der Name. Ja, das kann ich auch sagen. Hello Brad. So ein Ding. Aber ich... Ich drifte... Ich hoffe auf jeden Fall, dass Caribbean Rum zum Beispiel auf jeden Fall auch kommt. Ja. Hatte ich letztens Umera noch gehabt. Oh, ein Gedicht. Ich auch. Hast du mir den Umera weggeraucht? Nein, das war doch da, als wir nachkamen, als ich dann im Kopf geraucht habe. Aha. Ich war letztens bei Stefan von Hookah Bras. Ja. Du kriegst Grüße gehen raus. Ich weiß gar nicht, ob der Stefan Shisha-Kass-Hörer ist. Ich hoffe es für ihn. Ich hoffe es auch für ihn. Ich hoffe es auch. Ansonsten, Stefan, wenn du das nicht hörst, Arsch. Aber dann hört er es ja nicht. Das macht nicht so viel Sinn. Egal, auf jeden Fall war ich bei Stefan zu Besuch mit der lieben Anna und wir standen bei Stefan im Büro drin und er meinte so, ja, was wollt ihr denn rauchen? Und ich sehe, es war ein God-like Moment. Meine Augen gingen langsam runter auf den Tisch, wo seine russischen Tabak-Sorten standen und jetzt musst du dir Engelsgesang vorstellen und ein mir entgegenscheinendes Licht und am Ende im Mittelpunkt von diesem Licht lag eine Dose Caribbean Rum Hardline von Spectrum. Und dann habe ich den geraucht und dann war ich sehr glücklich. Allgemein, was Stefan zu Hause rumliegen hat, das ist das ist ein ganz anderes Level. Das ist wirklich ein anderes Level. Ja, also einige neue News. Wir haben euch am Anfang was verheimlicht. Surprise, die Folge ist rum. Ne, wir haben wirklich gedacht, dass wir das vielleicht jetzt eher so handhaben, dass wir immer ein Köpfchen machen. Stimmt, ja. Und dafür vielleicht versuchen, ein bisschen regelmäßiger zu sein. Genau, dass wir ein bisschen produzieren können. Ja. Wenigstens jetzt gerade jetzt da, wo wir wirklich drei Monate aufzuholen haben, dass wir wirklich nicht nur alles kurz mal ansprechen, sondern wie wir es gerade gemacht haben, wirklich auf die Thematik nochmal eingehen. Und finde ich auch persönlich besser so, dass wir das nicht nur so runtergerattert haben, sondern wirklich nochmal auf die Themen eingegangen sind. Ja, ich denke, jetzt haben wir alles ganz gut abgeholt bis fast komplett durch den Januar und beim nächsten Mal geht es dann im Januar weiter. Genau. Und deswegen an der Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Mose, ne, Werbung, an Mose für den Support hier und dass hier uns diese Unterstützung geleistet wird. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja. Also, dicker Kuss an Mose für Sponsoren von der Episode. Mega, mega nice, dass wir da die Unterstützung haben, um den Shisha-Cast zu machen und den auch extern produzieren lassen können. Und da ein dickes Danke und an euch ein dickes Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Macht's gut. tschüss.